So, Elden Ring, eines der besten Elden Ring Spiele, die ich je gespielt habe, das werden wir jetzt zusammen zocken, ihr Lieben, und wir befinden uns hier im Hub sozusagen, im Hub Zentrum, in unserem Elden Ring Hauptquartier. Und es gibt ein Passwort hier, rktbns heißt das, und wenn ihr das eingebt, dann seht ihr nur Zeichen, eigentlich sollte das so funktionieren, ich weiß nicht, ob ich neu connecten muss oder so, aber eigentlich sollte das so sein, dass alle Online-Interaktionen irgendwie nur von unseren Leuten sind, wenn ihr das eingebt, könnt ihr mal machen. Ah, wie ist der Sound? Oh, ein bisschen laut für euch vielleicht, oder? Wirst du so gehen. Genau, so sieht das aus. Also, rktbns könnt ihr da gerne eingeben, dann seid ihr bei uns mit drin. So, was ist das letzte Mal passiert? Ich hole euch mal so ein bisschen ab. Wir befinden uns hier, wie gesagt, in diesem, äh, Table of Lost Grace. Das ist die Karte, die wir bisher bereist sind. Wir sind das letzte Mal einfach so ein bisschen rumgaloppiert und haben wirklich Abenteuer erlebt, da waren wirklich Sachen bei. Äh, irgendwelche Sachen gedrückt, auf einmal kam da ein Geist und hat uns in irgendeine Höhle geführt. Dann haben wir hier in so einen Fahrstuhl gefunden, der uns in so eine Unterwelt führt. Äh, da sind wir noch ein bisschen zu schwach gewesen. Dann, äh, genau hier waren wir. Das ist auch ein sehr starkes Gebiet, glaube ich, noch. Mit sehr vielen fiesen Leuten in einer höllenartigen Landschaft. Äh, wir wollten noch eigentlich... Äh, waren wir da schon? Äh, ja, da waren wir schon. Genau, das war hier. Und ich überlege gerade, wir wollten nochmal leveln. Wir hatten nämlich einen, äh, Boss, so einen kleinen Boss gelegt in so einer Höhle. Das war ein riesiger Bär. Der war sehr gefährlich, den haben wir auch gelegt. Du wolltest noch zum Riesenbaum im Süden. Genau, sagt Epic Riggy. Aber, danke schön. Danke schön, du wolltest zum... Genau, hier wollten wir nämlich noch hin. Da bin ich nämlich hier in diese, in diese Höhle irgendwie reingeraten. Äh, in diesen Tunnel. Da waren wir, ähm, ja, das war so eine, ja, eine Mine. Wo einfach irgendwelche Leute geschuftet haben. Da sind wir dann ein bisschen abgelenkt worden. Stolpern wir einfach in so eine Mine rein. Stell dir vor, stell dir raus, da ist total viel los mit Endboss und allem. So, und hier, wo dieser Baum ist, da wollten wir eigentlich hin. Genau, das machen wir jetzt. Aber bevor wir das tun, können wir nochmal ein bisschen leveln. Wir haben nämlich noch einige Seelen hier. Die wir nochmal ausgeben können. Und zwar bleiben wir jetzt einfach mal auf Dexterity. Das macht schon Sinn. Und jetzt haben wir noch 3000 Seelen übrig. Ich weiß nicht, ob wir davon irgendeinen geilen Scheiß kaufen wollen. Gibt es noch irgendwas, was wir haben wollen? Für das Geld. Mal gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwas gebrauchen kann. Ähm, achso, warte mal, das haben wir ja schon gekauft. Ah, das können wir alles nicht mehr an. Das brauchen wir alles nicht, das bringt nichts. Dann fahren wir jetzt mal zu diesem, zu diesem Baum dahin. Und ich nehme an, wir würden dann am besten... Mal, hier ist ja ein Weg. Der ist auf gleichem Level. Oder hier. Wir gehen mal... Ich werde mal hier hinfahren. Mal gucken, ob das gut ist. Ihr wollt auch was sehen. Jaja, ihr habt recht. Wir wollen uns ein bisschen größer. Bucky 900. Vielen Dank für dein Abo. Genau, das ist diese Mine. Und wir fahren mal hier wieder nach oben. Mal schauen, ob wir dann von hier aus... Von diesem Bonfire aus gut zu diesem... Baum kommen. Und zwar ist der hier... Ah, warte mal, genau das... Jajaja, okay. Da muss ich irgendwie rüber. Das ist die Frage... Auf welcher Ebene der eigentlich ist. Muss ich vielleicht da hinten rauf? Alter, was? Okay, was ist mit euch denn los? Was war das denn für eine Aktion? Einfach komplett hinterlistig von hinten angegangen. So, genau. Die Frage ist, wie komme ich da am besten hin? Ich muss wahrscheinlich hier hoch. Da ist ja so ein... Sprungpolster. Mal gucken, ob das was bringt jetzt. Okay, ich glaube, ich muss da auf die andere Seite oder was? Aber da... Ah, da komme ich auch hoch. Vielleicht dann da rauf. Warte. Warte, warte, warte. Das schafft man doch. Was denn das? War das die Blume? Wer hat denn da auf mich gezaubert? So. Hat geklappt. Mal gucken, ob ich von hier... ...der zu diesem Baum kommen. Ah, da ist der. Ich muss auf die andere Seite. Und ich glaube aber, über diese Stufen, da komme ich da nicht hoch. Das scheint mir dann doch zu hoch zu sein. Mist, und dann komme ich nur von der anderen Seite rüber. Sicht ist richtig? Ah, ah, ist runtergefallen. Okay, dann muss ich da über diese Holzbrücke... Dann muss ich immer noch in der Ebene nach oben. Oder vielleicht nehme ich auch einfach ein anderes Bonfire. Ich muss ja hier rüber. Von da komme ich, wenn ich hier nach Süden reite, komme ich da auch nicht hin. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich da hinkomme. Ich probiere es mal über die Brücke. Und dann schauen, ob ich da irgendwie eine Ebene höher komme. Überlebe ich das? Nein! Ach, überhaupt nicht. Okay, mega dumm. Aber jetzt muss ich da wieder zurück und meine... ...Segeln holen. Man kommt da gut vom Bonfire beim wandelnden Mausoleum hin. Ach, muss ich jetzt wieder nach oben? Beim wandelnden Mausoleum. Okay, das war... War das nicht sogar das da oben? Ich glaube schon. Ja, jetzt muss ich erst mal meine Seelen zurückholen. Und dann schauen wir mal. Wie viele Stunden hast du schon gespielt? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe alles, was ich gespielt habe, mich habe ich im Stream gespielt. Das heißt, alles nachvollziehbar auf dem YouTube-Kanal. Da sind alle Sachen, die ich gemacht habe, ja auch hochgeladen. So, jetzt muss ich mal gucken. Da hinten ist dieses... Da muss ich da wieder rauf. Und dann, das machen wir mal hier. Oh, das ist nicht besonders hoch, ne? Oder doch? Äh. Komm ich da jetzt hin? Naja, das ist die Brücke, aber ich wollte ja... Oh, hi. Oh, happy links, Entschuldigung. Ähm. Okay. Jetzt muss ich da wieder rauf. Äh, vielleicht hier am besten, ne? Über das Ding. Und dann müsste das... Da oben sind die irgendwo, glaube ich. Mal probieren das mal so. Äh, mal gucken, wo ich damit komme. Ne, reicht nicht. Ach, Mann. Ach. Das war jetzt ja unnötig. Jetzt muss ich hier und dann hoch und dann wieder zurück. Die Seelen holen und dann können wir mal schauen, dass wir... Über das andere Bonfire vielleicht... ...zu diesem Baum kommen. Ganz schön verwirrend. Oh, sind meine Seelen. Wo seid ihr? Äh. Wo sind meine Seelen? Weil ihr sagt mir nicht, die sind unten. Die sind doch eigentlich, wenn man irgendwo fällt, sind die doch immer oben. Ne, jetzt erzähl mir nicht, die sind da unten. Da? Ah, das ist ja mega dumm. Ah. Ah. Aber es ist doch alte Dark Souls Schule, wenn man irgendwo runterfällt, dass die irgendwie zehn Sekunden zurückgesetzt werden oder so. Ne, oder fünf. Bitteschön. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Ich bin beim Baum? Ja, aber ich wollte ja gar nicht zum Baum. Ja, da ist der Baum. Das stimmt. Ich wollte erst mal die Seelen holen. Aber gut, dann gehen wir erst zum Baum. Ich weiß ja nicht, was hier passiert, wenn ich jetzt sterbe. Aber der Baum ist in der Tat krass. Guck mal, da sind nämlich so, ah, fiese, ich seh's doch schon, ja, große Gegner. Wenn ich jetzt sterbe, dann sind meine Seelen ja weg. Aber der Baum ist geil. Wow. Kann man da reingehen? Gibt's da einen Eingang in den Baum? Das ist auf jeden Fall geil. Hier wird gesungen. Wer singt denn hier? Hört ihr das? Und das her? Wer singt so schön? Wo kommt das her? Muss hier irgendwo sein. Hier unten. Aber doch nicht dieser Gargoyle. Der kann doch nicht so schön singen. Also es kann doch nicht der Gargoyle sein, der da so singt. Sind die das? Da liegt ein toter Mensch. Okay, das gucken wir uns gleich an. Also erstmal muss ich hier gucken, ob es hier einen Bonfire gibt. Aber da wird es wahrscheinlich kein's geben. Oder gibt's hier noch eins? Oh, so viel Neues wieder zu entdecken. Da reiten wir gleich hin. Ich schau mich hier erstmal ganz kurz um. Hier brennt schon wieder alles, weil die einfach scheiße sind. Umweltsünder. Von wegen. Okay, wir wollten uns den Baum vornehmen, die Sänger vornehmen. Das ist der Earth Tree. So, was war das jetzt für ein komisches Getier, was da vorstand? Das da? Was ist das? Er, Earth Tree Avatar? Ey, warte mal. Habe ich gesagt, dass ich Bock habe, ob die nicht zu kämpfen? Habe ich irgendwas dieser Art verlauten lassen? Okay. Okay. Pferdchen! Oh, er will hauen. Er haut nochmal. Und hier kommt ja die Keulenwischer. Oh. Wow. Was? Ey, 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 ey. Never! Never! ich wusste das dass das keine gute idee war meine seelen nicht zuerst zu holen ich nehme euch da in verantwortung ich nehme euch in verantwortung wegen dieser schandhaften niederlage da gehen sehen die über 3000 sälen und das werde ich selbstverständlich jetzt einfach an dem an dem auslassen diese fruste so ich werde jetzt im schnelldurchgang die saub platt machen weil ich sauer bin nichts nein nein wie sehr das wieder das wohl kommt ich da genau ok niemand kann sich erklären wo dieses gespratzel herkommt aber jetzt auch egal sehen sind weg wer war diesmal schuld du cooper nu war schuld an alle die zusehen cooper nu ist daran schuld gewesen ich bin selber sehr unschuldig ok unkonzentriertheiten und unnötige unkonzentriertheiten jetzt mache ich die sauer platt jetzt bin ich wieder geduldig jetzt ist die die wut über die verlorenen seelen ist verflogen und dementsprechend werde ich jetzt einfach ganz entspannt daran gehen mir zeit lassen und die einfach platt machen die dame da bei dem herrn weiß ich was es ist ja genauso wollte ich das genau so habe ich mir das vorgestellt ja da ist wieder was ok wo immer das war oh nein jetzt ist er wieder aufgeladen und jetzt macht er wieder homing scheiße hier das war ein bisschen pech da bin ich an diesem fassen wir wollen noch mal ein so pferdchen bleib tapfer bleib schnell so ein bisschen wilder der baum so jetzt machen wir es mal mit geduld und wieder so ein homing scheiß und einfach mal kreislaufen ok kreislaufen kreislaufen Ja, die große Reichweite. Pferd. Du hast meine 3.517 Seelen geklaut! Gib sie wieder her! Opalin bubbled here. Oioioioioi. Baumfeld. Okay, was auch immer ich da jetzt bekommen habe, wir werden es rausfinden. Irgendwas mit irgendein Augenartiges Gerät. Hm, nein. Okay. A crystal tear formed slowly over the ages where the earth tree's bounty falls on the ground. Can be mixed in the flask of wondrous physics. Provides significant damage negation. However this effect only occurs once and will expire after a certain duration. Ah ja. Okay. Das ist wahrscheinlich für einen bestimmten Bosskampf gar nicht schlecht. Oder ist das für ein... Kann man da irgendwo runterfallen? Hm, man bekommt kein Fall-Link-Damage oder so. So, Baumi hier. Was ist mit Baumi? Was ist hier mit Baumi? Was ist hier mit Baumi? Das fürchte, hier kann man doch irgendwie rein. Da ist in dem Baum ist doch irgendwas... irgendwas drin. Hm. Guckt mal irgendwie in dieses Innere des Baumes. Ist der hohl. Hört ihr das? Hier ist doch so ein Geraschel drin. Da ist doch irgendwas drin. Oh Gott, wie hoch bin ich schon? Oh, ich könnte sterben. Nein. Okay, schade. Ich glaube, man soll nicht auf den Baum auf dieser Art und Weise raufklettern. Oder vielleicht doch. Vielleicht bin ich der erste Eldling-Spieler der Welt, der es schafft, auf diesen Baum raufzuklettern. Oder irgendwo rein zu glitschen, wo er nicht wieder rauskommt. Ich befürchte, das ist nicht so gewollt. Aber ey, ihr kennt das. Das Gefühl, irgendwas ausprobieren zu müssen, ist überwältigend. Vielleicht geht das sogar mit dem Pferd besser. Weil das hat ja den Doppelsprung. Ne, das wird nicht. Das will das Spiel offensichtlich nicht. Aber abgesehen von der imposanten Mächtigkeit dieses Baumes. Was ist die Idee? Was soll ich hier noch machen? Ich könnte nochmal zu diesem singenden etwas. Dann war ja noch jemand, der gesungen hat. Amy Karl. Oder Kai. Amy Karl. Danke dir für dein Abo, das ist sehr nett. Oh, da ist ein Dingsbums. Da ist noch ein... Ah. Das war das bei der Kapelle da. Habe ich das gar nicht genommen? Das hätte ich noch gar nicht aktiviert. Kann das sein? Dann gehen wir erstmal dahin, wo die Gesänge herkamen. Schauen wir uns da nochmal um. Das war hier an der Küste. Da sind die... Ah, guck mal. So, wo war das? Hier. Hier. Ich nehme mal an, das sind ja doch die da unten, ne? Ich mach nichts. Ich will nur gucken. Ich guck nur. Alles gut, ich guck nur. Leute, ich guck nur. Ich hab's doch gesagt. Ich wollte nur diesen schönen Gesang hören. Jetzt hab ich schon wieder irgendwelche Giftansammlung. Die ich einfach niemanden töten wollte. Ich würde nur gucken. Das find ich so doof. Jetzt ist der Gesang vorbei. Ich hab nur geguckt. Toll. Wer so schön singen kann, der kann eigentlich nicht böse sein. Das ist quasi eine extra Flask, die du customizen kannst. Und die füllt sich nach. Würde ich dir ans Herz legen. Was? Welche denn? Die ich nicht grad bekommen hab, oder was? Dann müssen wir drüber reden, wie das geht. Erwin. Hassknecht. Hallo Nils, wie geht es dir? Und warum schlägst du dich so als Boomer schlechter Gamer in dem Spiel so durch? Tja, Erwin. Man tut alles, um am Leben zu bleiben. Am Bonfire geht das. Ah, okay. Schade, ehrlich gesagt, dass ich jetzt hier irgendwie dieses Konzert unterbrechen musste. Ich hab keine Ahnung, aber vielleicht respawnt er ja auch. So, dann schauen wir nochmal hier runter. Dieses komische Knäuel da ist auch irgendwie sehr seltsam. Wir haben immer noch die Holdemite dort, die unten in diesem Verlies da angebunden war. Oh Gott. Was ist hier? Wie viel Geld haben wir jetzt von dem Kampf gegen den... Oh, 4000. Wir werden ihn eigentlich auch nicht verlieren. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu diesem Bonfire. Was wir glaube ich noch nicht aktiviert haben. Was? Was war das denn? Einfach mal einen mitgegeben, damit er nicht frech wird. Das muss dann ja da unten irgendwo sein. Oder? Da hab ich das gesehen. Hier hinter diesem Stein. Da. Meine Orientierung ist sehr gut. Guck mal. Okay, gehen wir jetzt. Also. Geht das hier bei Flasks? Hab ich ja nicht. Wie machen wir das? Hab ich ja auch nicht. Also, wie geht das nicht? Also. Wie machen wir das? Alpakatastisch. Vielen Dank für dein Abonnement. Also, Flaschen. Und jetzt? Du hast die Flasken noch nicht. Achso. Ich muss erst die Flasken haben und das kann ich dann da reinpacken, sozusagen. Alles klar. Die muss ich erst finden. Ja, das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn, wenn ich die noch nicht hab. Aber okay, ich nehme an, hier habe ich dann eigentlich diesen Part mit dem Baum. Offensichtlich. Alles abgegrast. Was gibt's hier noch? Ich bin hier schon lang geritten. Hallo Schafis. Was? Ey, was ist das denn? Das sind Autoreifen Schafe. Guck mal. Guck mal. Das ist deren Fluchtinstinkt. Das ist ja fantastisch. Die rollen einfach den Hang runter. Okay, das finde ich super. Das macht total Sinn. Oh, hier ist wieder irgendeine Prozession. Die kennen wir doch. Doch, hier war ich doch schon, oder? Ja, ja, hier war ich schon. Okay. Das ist... Warte mal, den hatten wir doch schon, oder? Den habe ich doch schon befragt. Der Mausoleum Proz. Cradling the souless demigod. Naja, und hier war ein Händler, oder? Wäre nicht auch ein Händler? Ne. Doch nicht. Na gut, aber hier hätten wir irgendwas anderes cooles gefunden für die Flasks. Genau. Also. So, ich see me rolling. Was machen wir als nächstes? Habt ihr eine Idee? Wo wollen wir noch hingehen? Hier ist unsere Karte. Wir können einfach ein bisschen weiter entdecken. Einfach ein bisschen rumreiten. Diesen Teil haben wir einigermaßen gut abgeritten. Dann, äh, hier diese Burg haben wir gut gemacht. Hier fehlt noch ein Kartenteil übrigens. Da könnten wir auch nochmal weiter reiten. Und schauen, ob wir... Das ist Kartending. Also, da könnten wir auch nochmal hin. Da könnten wir eigentlich diesen theoretisch hier hin. Und dann einfach diesen Weg wahrscheinlich entlang reiten. Obwohl, warte mal, ist die Brücke hier nicht kaputt? Wah! Ey! Ey! Arsch! Was ist denn mit dir verkehrt? Unglaublich. Ich einfach nichts gemacht hab. Ich schaff es nicht. Ich fasse es nicht. Guten Abend, Herr Boomhoff. Kenne mich mit dem Game nicht aus. Aber gucke immer gerne, Nils, bei einem FromSoft-Spiel. Top Spaß. Vielen Dank, Phoebe Raven. Achso, Karte bitte nochmal. An der nördlichen Küste auf der Insel, an der du bist, ist noch ein Dungeon. Ey, ich bin ja an der nördlichen Küste. Ist ja diese Insel. Den haben wir hier gemacht. Earthbore Cave. Ich weiß, irgendwo war noch einer ganz am Anfang bei diesem Soldatenlager. Ich glaub, da sind wir nie reingegangen. Und hier können wir halt auch noch weiter, ne? Und uns diese Karte da mal holen. Das wäre eigentlich auch eine ganz gute Idee, oder? Was meint ihr? Hier hin. Und dieses Kartenstück hier da. Das machen wir mal. Ich frag mich grad, komme ich von hier da rüber? Wir schauen mal. Wir holen uns erstmal das Kartenstück. Und wir wollen... Ich markier das mal. Da wollen wir hin. Okay, da hinten ist das. Oh, okay. Da wollte ich jetzt wirklich sowas wie einen Gleiter. Rechts runter. Ah ja, hier ist der Friedhof. Die Kapelle. Das ist da, wo die alle wieder aufwachen. Aber ich ignoriere sie. Wollen sie doch aufwachen? Ist von mir egal. Äh, Seiden. Sie ärgern mich jetzt. Warte mal, wo komm ich da runter? Gibt's überhaupt ne Möglichkeit hier vielleicht? Ja, das geht doch. Hier komm ich runter. Okay. Oh, war ich hier schon? In diesem... Vor? Ich glaub nicht. Nö. Okay. Okay. Na gut. Okay, doch nicht die. Den. Den da! Den Fackelträger! Ja. Dankeschön. So. Okay. Aha. Den interessiert das überhaupt nicht, was ich hier mache. Das Pferd ist ganz schön gut. Ganz schön, ganz schön guter Partner, dieses Pferd. Oh, Glintstones Craftsman Cookbook. Ja, sehr gut. Das heißt, wir können uns irgendwas cooles kochen. Was cooles neues. Was hier macht Spaß, denen die Lager zu zerstören. Weil die sind böse. Alle böse. Ah, Item. Smoldering Butterflies. Ja, die haben wir schon häufiger mal kennengelernt. Smithing Stones, ja. Aber in Einfachhandlung. Und da hinten wollen wir hin. Da ist das Kartenstück, was wir suchen. Was ist das? Ah, hier ist schon so ein... Bonfire. Und was ist das da hinten? Ach, hier ist ein Händler. Seelen haben wir eigentlich. Nein, ich wollte mich gar nicht hinsetzen. Egal, ich wollte mal gucken. Level Up. Nein. Level Up. Ah, 3000. Aber bevor wir jetzt hier irgendwelche Serienchecks bemühen, reden wir erstmal mit dem Herrn hier. Hallo. Ja. Das möchte ich auch meinen. Also, was hast du denn hier geiles? Ah, so, die habe ich doch schon. Nomadic Warriors Cookbook 11. Ein kleines Schwertchen. Astrologenrobe brauchen wir alles nicht. Ja, das ist eher nicht so unser Style. Wir könnten das hier noch kaufen. Ah, das haben wir noch nicht. Man kann noch sehen, was man dann kann. Crystal Dart. Spellproof Dried Liver. Shatter Shard Arrow. Oh, damit kann man sich wieder neue Pfeile craften. Das ist ein Shatter Shard Arrow. Das klingt eher nach Magic. Aber das ist hoffentlich normaler Crystal Dart. Also, das ist, äh, Aggregate Refrontings Left-Burned Warriors. Das klingt eher so ein bisschen Magic-mäßig. Bis auf dieses Shatter Shard Arrow. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein Zauber oder irgendwas ist. Also, das ist irgendwie... Ich kaufe es einfach. Ein bisschen Fashion Ring machen. Ja, so viele geile Sachen habe ich ja noch nicht gefunden. Äh, wir können mal eben gucken. Crafting. Was ich da jetzt... Da, Shatter Shard Arrow. Cracked Crystal. Ah, okay. Ja, die sind wahrscheinlich nicht so einfach zu finden, was ich da jetzt... Früher oder später brauchen wir dann irgendwie alle Cookbooks wahrscheinlich. Ich habe nicht so viele Klamotten. Klar, ich könnte mich mal umziehen. Aber ich bin ja auch ein cooler Samurai, ne? Ich kann nicht mal... Was habe ich denn überhaupt? Exile Armor. Oh, die ist sogar ein bisschen besser sehe ich gerade eigentlich, ne? Ein bisschen mehr aber. Hier tatsächlich. Und das Ding hier. Hm. Die Resistance ist nicht so gut. Hier und da. Fatality Fokus. Damage Negation ist natürlich nicht so schlecht. Poise 21. Wow. Sieh ich aus. Oh. Das lieb ich nicht. Physical. Ja. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Gegen was man so antritt, ne? Die ist jetzt auch nicht viel besser. Guardian Mask. Guck mal. Die ist besser. Stumpen. Und Beinchen. Oh. Äh. Äh. Exile. Das ist natürlich jetzt. Ähnlich, ne? Nimmt sich jetzt nicht so viel. So. Jetzt sehen wir mal ein bisschen anders aus. Gefällt es dir? Are you entertained? Wir wollten. Wir wollten. Zu unserem. Äh. Stück. Map. Oh. Hier sind so Crystals. Und die. Kann ich nicht aufsammeln. Schade. Eieiei. Oh. Ey. Na na na. Ich bin hier um eine Map zu holen. Ich. Ich habe die Zeit. Ich komme gleich wieder. So. Hier. Muss das aber sein. Erstmal wollen wir, dass ich gegen sie kämpfe. Dann. Bam. Bam. So. Wo ist mein. Item. Hier. Mal schauen, was wir jetzt hier Neues haben. Also. Äh. New Map. Oh. Guck mal hier. Ist das Sumpfgebiet? Oder was ist das? Sieht sehr sumpfig aus. Sumpf. Wald. Wald Sumpf. Ja. Mal in Ruhe gucken jetzt, was es hier so gibt. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder richtig viel zu entdecken. Ich bin ganz froh drum, dass das jetzt wirklich giftig ist. Boah. Okay. Ich könnte mal das hier mal wieder rausnehmen. Boah. Hier so ein Hummer Langkuste. Boah. Okay. Die wollte gar nicht mich angreifen, aber. Die wollte mir ja wahrscheinlich überhaupt nichts böses, aber ich konnte nicht anders. Ich bin ein Kämpfer. Was ist das hier für ein Item in der Luft? Ich will das jetzt haben. Hallo? Strip of white flash. Na ja. Die leben in so. Boah. Da ein fliegendes Schloss. Fast fliegend. Boah. Und wer bist du da hinten? Purify Drones. Mit dir kann man sich doch bestimmt gut unterhalten. Du bist doch wahrscheinlich auch interessiert an Konversationen. Hallo? Die hat schon wieder nichts an. Ist jemand da? Would you donate any Shabiri grapes in your possession? Ach, die schon wieder? Ich will eine Pilgrimage. In search of the distant light. Wir haben uns doch schon mal kennengelernt. Ich kenn dich. Ich weiß, wer du bist. I can feel the light in the back of my eyes. Hab keine. Ich hab leider keine von diesen grapes. Would you donate any Shabiri grapes in your possession? I'm sorry. Okay, wahrscheinlich, ich muss mir mal merken, wo die ist. And when I eat one of those grapes. Ja. Da hast du mir alles schon erzählt, ehrlich gesagt. Ähm. Ich muss mir mal irgendwie merken, wo die ist. Also wenn ich noch so welche grapes finde. Hier. Kann man das eigentlich auch umbenennen, den Marker. Ah. Guck mal, ich kann da sogar irgendwie so ein Zeichen. Dann nehm ich mal das hier. Für die Holdemite. Dann kann ich mir merken, okay, hier ist die. Und wenn ich so eine Grape finde. Und irgendwann ist sie wahrscheinlich um die ganze Welt gereist. Irgendwo, irgendwann kommt sie an. Und wir haben das möglich gemacht. Da ist wieder so ein Geist. Was mit dem? Ja. Come out, one and all, from the darkness underground. Ah ja. And let us offer unto the maiden our eyes. Ah ja. Schönes Gedicht. Guten Abend. Okay. Kann man dann. Von Gastfreundschaft noch nie was gehört. Guck mal, der sieht aus wie so ein irischer Wolfshund. Auch schon ein bisschen verrottet. Einfach keine Gastfreundschaft. Äh. Genau. Warte, ich hab nochmal ne andere Idee. Und zwar... Nein. Das wollte ich gar nicht. Ach Mensch. Das war wieder völlig unnötig. Ich wollte switchen. Und zwar... Mal gucken, ob das geht. Da. Das bedeutet... So geht das nicht. Achso. So. Ah, so kann ich das da nämlich anbringen. Okay. Jetzt hab ich diesen Jellyfish geordert. Den ich eigentlich gar nicht ordern wollte. Aber wenn man den hier... ...casten kann... Vielleicht gibt's ja hier irgendwas... ...gegen das man noch kämpfen muss. Weil normalerweise kann man den ja nur so craften... ...wenn man irgendwie... ...ääh... ...rufen, wenn hier auch was zu tun ist, ne? Der lässt sich hier auch nicht... ...überall holen. Ja, okay. Wir reiten mal weiter nach Norden. Hier ist wieder was los. Okay. Das war dumm. Ich dachte, ich bin unbesiegbar. Stell's hier raus. Stimmt ja gar nicht! Ja, gar nicht unbesiegbar. Aber ich bin ein bisschen arrogant. Wenn wir beide zum Verhängnis geworden. Okay. Da ist ein riesiges Schwert in der Erde. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Wo ist denn eigentlich mein Jelly? Jelly ist abgehauen. Was ist hier los? Riesiges Schwert. Überall tolle Sachen. Okay. Dann würde ich sagen mal die Straße entlang. Was leuchtet da? Ein Bonfire. Und das? Was ist das? Ein Riese, der totliegt? Ist das ein Kopf von einem Riesen oder von einer Statue? Öhh. Wow. Aber nur eine Statue. Strange. Was auch immer hier passiert ist, ne? Irgendeine Schlacht. Oder waren das so mechanische Sachen? Also haben die sich bewegt? Vielleicht auch diese Figuren hier. Waren das quasi so Roboterartige, mechanische Roboter oder sowas? Oh. Was ist hier los? Hier wird gekämpft. Ritters Leute gegen Spirits. Und die Spirits böse. Also? Ich weiß nicht, ob ich... Ja, doch. Ja, das guck ich mir erst mal an. Erst mal, erst mal beobachten. Soll ich hier erst mal gegenseitig bleiben? Und was machen? Also irgendwelche Geister, Wesen kämpfen gegen diese Ritters Leute. Oh, da kommen die anderen noch dazu. Okay, interessant. Ich kämpfe gegen wen auch immer üblich bleibt. Aber böse sind die alle. Guck mal, ich bekomme die ganzen Seelen. Das gefällt mir gut. Was verschließt ihr hin? Oh, wer wird gewinnen? Auf wen setzt ihr euer Geld? Ich glaube die Wachen gewinnen. Ja, ja, die Wachen werden gewinnen. Dann machen wir mal folgendes. Wir greifen mal ein bisschen ein. Und nutzen mal aus, äh, die Großen hier mal Platz zu machen. Nutzen mal ein und... Oh, ja, ja. Oh, ein Riese. Okay, warte. Alles klar. Wenn der Riese... Was? Nein! Ey! Ich dachte, das wären noch Seelen. Ich wusste ja nicht, dass da noch ein Riese kommt. Da hätte ich natürlich das Balancing anders gestaltet. Aber die Reise ist nicht so weit. Weil wir hätten das Bonfire aktiviert und... Oder? Na? Ja, ja, ja. Direkt vor uns. Hatte ich mit... Dem hatte ich doch gerade gesprochen hier. Hat sich da das Balancing hier geändert? Mal gucken, was jetzt passiert. Da kommt der Riese. Bin ich, glaub ich, sicher von diesen... Okay, mal... Wow! Der macht einfach alles platt. Wow! Der hat total den coolen Sauber. Zack! Okay. Vielleicht sollte ich den anderen ein bisschen helfen. Dass die nicht von hinten platt. Obwohl, der macht ja auch seine Freunde platt, oder? Der macht alle platt. Das ist ihm völlig egal. Guck mal. Bombs! Freund wie Feind. Alle kriegen was ab. Haha, okay. Ja. Die machen dem nicht wirklich viel Schein. Vielleicht sollte ich mal seine Freunde... So lange es noch geht. Diese hier mal dezimieren. Ich hab das Gefühl, dass ich früher oder später... Auch ran darf. Und helfe ich mal ein bisschen. Das Balancing mal anders zu gestalten. Oder ist der Riese down? Nein, der Riese ist nicht down. Oh, mehr. Ich helfe das mal. Helfe mal. Eins gegen eins. Das ist fair. Okay. Warte. Ich helfe den anderen. Ich helfe den jetzt mal ein bisschen. Ey. Ich will die doch auf meiner Seite kämpfen. Also du haust jetzt nicht auf mich, ne? Nee. Ja. Das finde ich gut. Jetzt macht ihr wieder. Und jetzt geh ich mal ein bisschen rein da. Oh. Tod. Ey. Oh. Nein, 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 nein. Ich leb noch. Aus irgendeinem Grund leb ich noch. Okay. Oh. Oh. Das ist sauer. Tschüss. Tschüss. Tschüss Riese. Zu keinem Zeitpunkt war das jemals irgendwie kritisch. Achttausend Seelen. Wir sind relativ reich. Und jetzt pflücken wir mal auf, was die anderen haben liegen lassen. Oh. Guck mal. Neuer Helm. Oh. Oh. Das sieht ganz... Oh. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Wenn das was kann, könnte das was für mich sein. So. Schiff Seven. Vielen Dank für dein Abonnement. Das ist sehr nett. Die Geister sind Karyans. Da dürfen die Trolle auch mitmachen und werden nicht wie Tiere behandelt. Na ja. Ich schau mal, was wir hier geiles bekommen haben. Warum sind die eigentlich so geordnet nach Kategorien irgendwie? Ist das... Oh ja. Guck mal. Schon ein bisschen besser. Das finde ich sieht auch ein bisschen mit den Farben aber vielleicht ein bisschen freundlicher aus. Oh. Aber... Ah. Geil. Dann krieg ich... Ach. Heavy Load. Das ist interessant. Das ist nämlich... Ab da bin ich Heavy Load oder ist... Ja. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt aber die anderen... Das ist wahrscheinlich schon der leichteste. Ah. Wait. 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 42. Jetzt ändert sich nichts. Aber vielleicht kann ich hier bei den Stumpen noch was sparen. Ja. Boah. Das ist ja richtig knapp. Jetzt sind wir im Mid Load. Und der Helm ist wieder Heavy Load. Ne. Guck mal. Der ist ein bisschen besser in den Bereichen. So. Wir sind immer noch im Mid Load. Das ist sehr schön. Das wird direkt angezeigt. Ach. Da sieht man auch unsere Schnurre. Ah. Sieht doch schon jetzt mal ganz gut aus. Natürlich tragen wir jetzt das Wappen von irgendwas, was wir überhaupt nicht wissen, was das ist. Oh. Oh. Was? Stufe 6 Rune? Crystal Darts? Ich kann mir vorstellen, dass das hier schon ganz schön wild wäre, wenn man das anders macht als ich gerade. Weil man irgendwie gegen den Ritter und seine ganzen Freunde kämpfen muss oder so. gegen den Riesen. Ah. Wir laufen mal weiter nach vorne. Wir haben natürlich jetzt sehr sehr viel Runen. Ich möchte ein bisschen aufpassen. Dass ich jetzt hier nicht sterbe. dem wenn man so oben kommt. Wo... Oh, 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 oh. category 1 Oh. Der ruft mich zu sich, oder? Ach. Ah, ich wollte gerade sagen, das wird doch explodieren, aber das war es wert, irgendeinen Stein bekommen. Okay, da kann ich hoch, da ist wieder irgendein Baum. Ja, mal schauen. Laufen wir hier mal rauf. Wow, das ist sehr hoch. Da geht es gleich rechts noch lang. Oh Gott, was ist das? Nee, nee, diese Krabben sind mir zu hart. Die mache ich jetzt noch nicht. Diese Langusta, die wehrt sich nicht so richtig. Aber die Krabben sind mir zu hart. Die sind richtig wild. Die keilen richtig aus und sind super schnell. Ist das ein Freund? Ach was, das ist ja wieder dieser Boots. The Beastie Eye Quivers. Was? Was ist das? Warum stand da gerade The Beastie Eye Quivers? Century Stone. Das ist wieder irgendwas. Hier. Ach, die füllen die Mana Flaske auf, oder? Hat mir gar nichts gebracht. Okay, exakt gegen so einen Typen habe ich schon mal gekämpft. Jetzt will ich erst mal schauen, ob ich hier nur irgendeinen Bonfire finde. Ich habe viel zu viele Seelen, um jetzt irgendwas zu riskieren. Hier oben kann man auch bestimmt ganz gut gucken. Wieder ein Friedhof. Oh, ein goldener Ritter. Ist er stark? Oder bin ich stärker? Er sieht stark aus, muss ich ehrlich sagen. In seinem... Oh ja. Oh, und der schleudert Witze. Ja, natürlich. Alles klar. Nope. Das lassen wir uns jetzt mal eben kurz entgehen. Wenn ich jetzt irgendwas finde, wo ich rasten kann, dann... Ah, was ist das? Ein geiles Bild. Schön. Ah, hier. Kommt der Rittersmann? Nee. Okay, sehr gut. Können wir uns gleich mal in den Innenkampf wagen mit diesem... Typen da. Aber erst mal Level Up. Ah, machen wir vielleicht Endurance mal zur Abwechslung. Können wir noch einen Schlag mehr anbringen? Vielleicht, wenn es gut läuft. So. Jetzt gucken wir uns mal diesen Ritter da an. Mal gucken, was der drauf hat. Ist er noch da oder ist er beleidigt abgehauen? Ah, nee, da ganz hinten. Ja, der wird auch wieder kommen. Wir holen uns erst mal das Bild hier an. Das ist ein Bild von diesem Schloss da oben. Resurrection Painting. Painting. Was kann das? Ich drück mal die Fungsschüssel. Was kann dieses Painting? Wo ist es? Hm. Hm. Okay. Hier. Ah. Okay. Work of a wandering artist. Naja. Hier, was ist hier in diesem Shop noch drin? Irgendwas Spannendes? Nope. Da ist ein Briefkasten mitten in der Landschaft oder was ist das? Ah, da ist wieder so ein Thron. Ah, nee. So ein Typ. Ah, ja. Smithing. Was hast du zu sagen? Kann man nicht mit dem reden? Hallo? 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 Ich kann nicht mit ihm reden. Der ist einfach völlig verzweifelt. Ausgemergelt. Blickt auf den Lebensbaum. Blickt auf den Baum. Tja. Was auch immer er zu sehen hofft. Da geht's runter. Und dann in diesen Prachtbau. Ui, da komme ich oben rauf auf diese... Ah, ja, 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 ja. Von da oben hat man wahrscheinlich einen richtig prächtigen Blick auf die Äste. Aber ob das nicht vielleicht noch ein bisschen zu hoch ist für mich? Möglicherweise... Woher komme ich hier rüber? Ja. Ja. Juhu! Das sind welche Feuerwesen. Und hier geht's dann runter. Und da geht's rauf zu dem weiteren prächtigen Baum. Und da ist ein Lager. Wow. Da ist richtig viel los. Satte grüne Wiesen, irgendwelche Feuer... Schnecken. Feuerschnecken! Die verbrennen die ganze Pampa hier. Aber ich habe natürlich Interesse daran, dieses Lager hier erstmal auszudünnen. Oh ne... Oh, Hexen. Oh, das ist der Oberprotz-Motz. Franz Hanselmann. Smoldering Butterfly. Ja, da warte ich zu. Okay, irgendeine Reisegesellschaft hier. Auf jeden Fall magiebegabt. Dunkle, rote Magie. Viele Magierinnen und Einzelnen auch sehr Paladin des Grauens. Auch hier gilt wieder erstmal alles kaputt machen. Die sind auf jeden Fall nicht hier, um Gutes zu tun. Ihre Vorräte zerstören, dass sie ja nicht auf die Idee kommen, weiterzuziehen, sondern umkehren müssen. Hungrig. Ist hier irgendwas drin? Nee. Okay. Oh, was ist das da hinten? Eine weitere Reisegesellschaft. Okay. Was ist das denn für ein geiler Wagen? Ist der Böse zu mir? Also, hallo? Guck mal, ich treffe den Schädel nicht. Jetzt. So, was macht der Wagen? Ist der... Das ist ein riesiger Kopf, so ein Jade-Kopf. Und der speit Lava. Okay. Er hat mich gesehen. Und jetzt kackt er, schießt er mich an. Okay. Naja. Ich habe, ich hätte dir nichts getan, aber okay. Äh. 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 Ey. Alter Schwede. Okay. Warte. Wieso lebst du noch? Du lebst gar nicht mehr, offiziell. So, ja, ne, jetzt ist Schluss Oh man, jetzt will er wieder frech werden Wo bin ich denn? Wo ist er? Ach, der ist nach vorne gejumpt Boah, Alter, jetzt bleibt mal stehen Okay Okay Auf jeden Fall ist es hier die Feuerwelt Zum Glück hat er Ist er nicht auf die Idee gekommen, irgendeine Klappe noch hinten zu machen Die seinen Rücken schützt So, und er kam von da oben runtergerollt Kommt uns das mal an, wo der herkam Erstmal hier in diese Richtung Hier kann man auch wieder außen rum, ne Geheim Pfad So, und dann da oben hoch Was mich da wohl erwartet Da unten wollte ich auch nochmal runter So viele Optionen Was nimmt das? Goldene Rune Oh, da ist wieder irgendwas Okay Galoppier ich auch mal nieder Das ist so ein Artillerie-Gefühl hier Okay Okay, jetzt hat er natürlich seine Trompete Ertönen lassen Weiß nicht, ob das jetzt noch was gebracht hat Ob da noch irgendwer kommt Ja, reiten wir mal weiter den Berg hoch Den Pfad entlang Da ist wieder irgendeine verfallene Eine Kapelle oder sowas Da ist so ein Schwert wieder War das Ne, das ist ein anderes als vorhin Oh, okay Sehr schön Rastplatz Was ist denn im Inneren? Festivitäten? Nein Alle ausgeflogen Oh, die riesige Schildkröte Wow Hi Oh, cool Nein Um echt zu sein, nein I don't know Well, das ist ein Schwert Aber wer kann dich schuldigen? Das Schattel hat uns All von uns Lass uns Lass uns etwas sehr lieben Es ist hier In der Kirche des Vows Dass die großen Häusern des Erdtree und der Moon sind Mit dem Matrimonialen Zwischen Radekern und Rinalda der Full Moon Das ist ja super cool Einfach eine riesige Schildkröte mit einer Bischofsmütze Ja, sag mal alles Study source Study incantations About Radagon Ja, wir können erst mal gucken was der so hat Das kann man natürlich alles nicht nutzen Einfach zu wenig Intelligenz Incantations Grants blessing to self and nearby allies Aber wir wollen natürlich wissen was Radagon zu erzählen hat Das war der Königre von Radagon Das war der Königrein Radekern Rinala zu zurück in der Erdtree Kapitel, um die Königin Marika zu sein, und der Königin Konzert zu sein, um den Titel von Second Elden Lord zu sein. Der Mysterium dauert bis heute an, warum Lord Radigan würde Lady Rinala auswählen, und mehrfach, warum ein nur Champion würde für den Seat der Elden Lord sein. Du willst wissen mehr von Lady Rinala? Sie ist die Königin, die Königin Karriere und der Königin Akademie der Rea Lucaria, die großartig und schönes Wunderschöne. Schöne, ihr Herz wurde verletzt als Lord Radigan sie verlassen. Und dann, als die Königin Akademie gegen die Königin, sie war in der Großbritannien. Okay. Ist das alles? Ich glaube mehr hat er nicht, ne? In the end, Lady Rinala was left alone. Cradling the amber egg, Lord Radigan bequeathed her. Now she devotes herself to it through forbidden right. The grim art of reincarnation. You would do well to remember, severing a vow strongest of bonds, has consequences ever more dire. Interessant. Okay, damit sind wir noch nicht fertig. Wir können nochmal über Radagon fragen. Ähm, hallo Leute. Ähm, Lord Pupsnase. Vielen dem Dank. Für dein Abo. Warbiatch. Ist mit Prime dabei. Ähm, vielen Dank. Äh, was wollte ich sagen? Hier. Titauli sei auch sehr gegrüßt. Titauli grüßt. Ich grüße zurück. Hallo. Kaiferi. Völlig korrekt. Ändert mich an die Schildkröte aus die unendliche Geschichte. Absolut richtig. Daran musste ich auch denken. Roasty Toasty. Aber mal gucken, was wir noch über Radagon in Erfahrung bringen können. So heißt er diese Kröte. Nein, doch nicht. Er heißt anders. Ein vereintes Schildkröte des Erdtree-Kapitals war zuerst beobachten, um den Herr Radegans in eine gigante Statue zu erinnern, als er das Skeleton im Radegans-Klose. Und so sagte er, die große Statue auch sein Geheimnis. Sie wissen, es sagte, ein vereintes Schildkröte des Erdtree-Kapitals, als er das Skeleton im Radegans-Klose und so sagt er, die große Statue haubert sein Geheimnis. Okay, das haben wir eben schon. Okay, wie cool ist das eigentlich? Hier ist einfach eine riesige Schildkröte. Das ist ja einfach nur fantastisch. Schläft die jetzt wieder, oder was? Jetzt legt die sich wieder zum Schlafen, weil die schon so alt und müde ist. Hat die auch so ein kleines Schwänzchen hinten dran? Oh ja! Guck da! Schildkröten-Schwänzen. Das ist einfach nur großartig. Schildkröten stehen ja immer schon so in Geschichten für Weisheit und so, weil die einfach so alt werden und so langsam sich bewegen. You don't need Absolution. Okay, dann mach ich das auch nicht. Es ist eigentlich Klau was. Danach brauche ich wahrscheinlich. Gold Suing Needle. Aha! Und Golden Tailoring Tools. Golden Tailoring Tools. Was kann ich denn damit machen? Wo auch immer das jetzt hier wieder auftaucht bei... ... 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 aber das gewicht wird auch erhöht aber ich kann dann nur gewisse sachen ja also ich kann nicht alle sachen das was ich jetzt an habe geht zum beispiel nicht oder muss ich das dafür ausziehen ich mache es natürlich mal ok geht es noch weiter mal da sieht man eine kleine vorschau okay das geht das nur einmal oder wie ist es jetzt habe ich da so komische stroh manschetten daran geht es ist das ein stroh schutz nacken schmuck okay aber das kann ich dann nur mit gewissen sachen machen also nur mit mit items die das auch freigeschaltet haben das haben sie dann wahrscheinlich nicht mit allen gemacht oder wie soll ich mir das vorstellen und die alternative ist ich mache es jetzt hier quasi rückgängig oder wie ist das oder kann ich dann nochmal kohle investieren oder wird es noch besser werden weiß man nicht ne interessant aber ist natürlich jetzt immer noch nicht besser als das was ich an habe deswegen aber interessant okay nur spezielle rüstung nur einmal okay das gewicht senkt sich und die werde wenn ich es noch mal machen oder so mal interessant na das ist doch gut dann wollen wir mal weiter hier jetzt können wir noch einmal in den horden reiten das merken wir uns hier dass es hier runter geht das merken wir uns auch wir wollen noch mal zu diesem baum hier finde ich die ignorieren wir jetzt mal die typen oh warte war das ein toten schäden ja so reuchtend schöne krone was haben wir denn oh das hier irgendwas mächtig ist ei 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 wieder so jemand aber ich habe okay was war das hat das irgendwer gesehen was das war ich jedenfalls nicht frechheit das hat mich einfach irgendwas abgeballert ich habe keine ahnung was oder wer war ich mit einem schuss down ist auch unüblich noch mal schnell dahin wiederholen und wieder abdackeln würde ich nicht stehen bleiben aber was war das denn und wo kam das von unten er ist da unten sondern auch da unten ich habe ihn gesehen da ok krass das sind die reichweite seht ihr das da unten stehen die boys naja das macht ja keinen sinn jetzt mit denen irgendein in ein bogenduell zu gehen interessant one hit machen sie nicht unangenehme typen ach echt zu früh hier runter das schwert hier gucken wir uns natürlich nochmal an da ist sicherlich auch wieder irgendwas geschrieben ne the second lurnian war no victory for the golden no for the moon no prize but atonements the birth of a wow ok da gab es einen krieg keine gewinner ja die sind ja da genau und ich wollte mal da runter sollte ich ignoriert ich kenne ich schon dich habe ich schon du bist mir jetzt egal nochmal in diese richtung da geht es ja irgendwie auf diese brücke rauf schätze ich mal das ist ein turm verlob wie eine hexen gesellschaft wieder ag ein bisschen zu viele das geht mir richtig was ab Ah, nicht getroffen. Nicht getroffen. Ich treffe einfach nicht mehr. So, meine Güte, ich kriege keinen Brummkreis, der wird ganz schwindelig. Ah, die nächsten. Ist euch auch ein bisschen schwindelig? Hier ist ein bisschen schwindelig. Oh, das kann ich nicht dauerhaft machen, diesen Kampfstil. Gut, da kommen wir in diesen Turm. Was haben wir hier noch? Oh, Eisbären? Was? Was ist das? Wölfe. Ich wollte gerade sagen, Eisbären. Da kommt noch so dumme Ideen. Steppeneisbären. Prärieeisbären. Das sind einfach nur Wölfe. Bevor wir in diesen Turm reingehen. Oh, hier ist ein ganzes Wolfsrudel. Die schlafen und damit wollen wir es auch belassen. Es gibt ja dieses Sprichwort, schlafende Wölfe weckt man nicht. Hier ist doch wahrscheinlich irgendwo ein Feuerchen, oder? Irgendwo muss hier ein Rastplatz sein. Das wäre doch der Klassiker, hier so vor so einem großen Schloss. naja dann gehen wir da mal rein hier guck mal da ist es korean study hall das geht ab geist der guckt nach oben was ist da der kronleuchter the wisdom of the moon and stars knöf vielen dank für deinen prime lieber knöf was ist denn eigentlich mit meinem leuchte ding ein altar something fits on this pedestal was schon finden aber durch direkten quest gezogen gezogen knochen selbstverständlich jetzt hat sie mich am ende krieg flasks flasks mehr wer weiß was mich da erwartet ok jetzt nach ganz oben da krieg dann wahrscheinlich irgendwann das ding was dort drauf passt auf diesen altar das könnte längere reise werden der turm war ja recht hoch und die reise ist oder wie schnell ich reagiert habe habt ihr das gesehen wie ein fuchs scheiße ist werde ich jemals herauskommen aus der situation das wasser da habe ich einfach mal jetzt schuldig sie bitte sie sehen sehr ekelhaft aus und ich mag sie überhaupt nicht okay kann ich da jetzt runter springen oder wenn ich jetzt hier verloren ist das kann er sie einschätzen darf ich darunter springen was meint ihr phoebe raven dank für den prime was meint ihr kann ich darunter springen the raven sagt nein syren sagt ja nasenfrost nein die raven sagt ich habe es probiert du könntest auch zurück kannst du nur einmal runterspringen ok was auch immer das ist aber dann will ich das nicht die frage ist wie komme ich jetzt hier wieder weg überlebe ich das ich muss es ja machen wenn ich tot bin bin ich tot na gut ist ja nicht so schlimm ich habe direkt das dingsbums so dann holen wir mal die fasche zurück aber mit welchen luxartigen reflexen ich da was ist eigentlich wenn ich da runterspringen da ertrink ich mit irgendwelchen luxartigen reflexen ich da noch reingerollt bin also da bin ich auch wirklich von mir selbst ein bisschen begeistert ach so es wäre doch nicht so hoch ich hätte es schon hier klebt irgendwas tschüss also die fallen da auch alle die sterben ja auch direkt dann wenn sie da runterfallen also das also hier war lange niemand mehr es gibt hier überall diese spinnweben aber irgendwelche coolen instrumente sehr hat überall bücher also das hat auf jeden fall was erhaben dass hier so irgendwelche wissenschaftler irgendwelche gelehrte haben ja irgendwas studiert und sind auf einmal verschwunden aber warum seid ihr so ekelhaft da war so klar dass ihr springen könnt wir sehen aber auch echt ekelhaft aus das ist ja albtraumhaft einfach nur widerlich stell dir vor man ist nicht so aufmerksam warum nicht der beste ellenring spieler der welt ist und dann fallen die auf den kopf das ist unangenehm ah ihr seid böse oder ok dann äh let's do this aber ihr seid vor allem nicht nur böse ihr seid auch sehr ungeübt mit dem schwert so dass ich folgendes vermute ihr seid die geister der gelehrten die hier einst lebten ihr wurdet eventuell ermordet und seid darauf ja verdammt auf ewig wenn ihr einer eindringt euch zu verteidigen aber anhand eurer stüpperhaften bewegungen hat man wirklich gesehen ihr seid es nicht gewohnt gewesen zu kämpfen die schwerter lagen zu schwer in euren händen ihr habt sie gar nicht richtig führen und schwingen können hier liegt auch wieder einer von diesen typen aber der kam wahrscheinlich später hierher das war nicht der auch wenn er die hand auf dem buch hat der kam weg aus anderen gründen hierher oder der sieht nicht so standardmäßig aus ich weiß es nicht der sieht mir so standardmäßig aus das war meine theorie die beiden typen die mich gerade angegriffen haben sind die geister der leute hier die hier studiert haben sie wurden überfallen haben versucht sich zu verteidigen wurden natürlich dann ermordet aber wer hat sie überfallen wer hat sie ermordet das gilt es herauszufinden ist hier wieder irgendwas ekelhaftes ich mach so ungern Sachen kaputt die ich gut finde das mag ich schon mal bei Uncharted nicht dass man immer irgendwelche imposanten ruinen findet und die dann einfach alle zerstört alles kaputt macht und dann am ende wird ja da sind sie wieder ok einer hat offensichtlich überlebt oh wir wurden geradet Krogmeister Krogmeister guten Abend hey da vielen Dank für den Raid lieber Krogi schön dass ihr da seid liebe little Krogs ihr habt gerade mitbekommen wie ich einfach ermordet wurde obwohl ich das gar nicht wollte da waren nur so hilflose Geister und ich hatte schon gedacht so die wurden wahrscheinlich hier in ihrem Studierzimmer hinterrücks überfallen konnten sich kaum zur Wehr setzen konnten kaum die Schwerter schwingen weil ihre kümmerlichen Bizeps einfach nicht trainiert waren selbiges zu halten und dann kam auf einmal dieser Archer da mit diesen Kristallpfeilen hat sich komplett hinter diese wehrlosen Geister da geschlichen sich versteckt mich überfallen mit einem Schuss geplättet ich bin empört ich bin überwältigt aber auch voller Rache gelöste und innerlich entflammt sodass ich gleich mit der Macht der Rach gelöste diesen Typen einfach mal platt machen werde schön dass ihr da seid wir spielen wie ihr seht Elden Ring und ich würde mich natürlich sehr freuen wenn ihr ein bisschen bleibt weiß nicht ob der Krogmeister schon ins Bett gegangen ist vermutlich aber falls von euch noch jemand bleiben mag würde ich mich sehr freuen bin gespannt ob du den Magier legst Simon hat heute zum wiederholten Male versagt was echt aber Simon ist wahrscheinlich 22 Level über mir und wenn Simon versagt hat obwohl der 22 23 24 Level über mir ist wie soll ich ihn denn legen vielleicht mit Skill vielleicht kann mir einfach nur purer Skill helfen also ihr werdet Zeuge wie ich jetzt versuche ich spiele auf PS5 ja und ich merke eigentlich keinen Input lag so wirklich ich spiele auf PS5 und ihr werdet jetzt Zeuge werden vielen Dank Lord Stromberg für dein Abo wie ich jetzt versuchen werde einen Magier zu legen an dem Simon den ganzen Tag gescheitert ist obwohl er viel mehr Level hat als ich wir werden es sehen wie heißt dein Bogen diesmal auch wieder Luise ja er heißt natürlich heißt er Luise Simon ist Level 86 ernsthaft ich bin was bin ich denn Level 30 oder sowas 35 ok aber wenn wenn er mit Level 86 den Typ nicht legen kann wie soll ich ihn denn mit Level 35 legen wir werden sehen vielleicht bin ich ja doch ein unentdecktes Talent und werde das Unmögliche schaffen komm Fahrstuhl komm dadurch dass ich jetzt nicht mehr aussehe wie ein Samurai fühle ich mich direkt anders ich habe jetzt eher das Gefühl ich bin Ritter vorher hatte ich mir gedacht ich bin irgendwie so ein fernöstlicher Besucher aus dem Land der Samurais so jetzt wollen wir erstmal wenn es geht meine Dinger da wiederholen und dann nein nein ich habe sie nicht bekommen never das finde ich scheiße ich habe meine Dinger nicht bekommen das sind 5000 Seelen ey warte mal muss mal ein bisschen jetzt ok ich bin jetzt erstmal noch nicht an irgendwas interessiert außer meiner Seelen ja endlich ok jetzt kann ich auch in Frieden den Kampf annehmen ok ok shit was der, dem Herren verschiedene Zauber Hier trifft er mich nicht, oder trifft er mich hier? Boah, er hat ja ein hartes Homing. Das magische Schwert! Okay, aber davon lasse ich mich nicht abschrecken. Was? Ach, ich habe auch schon wieder diese Szene nicht gezeigt, ich trottel, Entschuldigung. Das vergesse ich manchmal. In meinem Alter ist das völlig normal. Alles andere wäre nicht normal. Wenn mir das nicht passieren würde, müsstet ihr euch Gedanken machen. Okay, der ist krass, dieser Magier. Ist er zu besiegen? Also wir halten fest, was wissen wir über den Magier? Wir wissen, er ist sehr stark. Wir wissen, Simon hat Level 86 und ist heute den ganzen Tag an diesem Magier gestorben. Wir sind Level 35, das ist nicht mal die Hälfte von 86. Also, wie stehen nach Adam Riese die Chancen, dass wir gewinnen können? Ich würde sagen, ich bin auch Level 55 und ich pack den nicht, sagt Quest 77. Ja, okay, aber der Faktor Skill ist ein Faktor, den ihr teilweise einfach unterschätzt. Das ist meine Meinung. Kann ich den überhaupt? Was machst du da? Okay, jetzt komm ich zu dir, Schweinemagier. Du glaubst wohl, du bist gut in solchen Sachen hier. Aber ich bin viel besser als du. Komm her. Komm her. Johnny. Geroni, let's get it left! Jajaja, wir wollen ein bisschen weiter unten kämpfen, weil ich hab keinen Bock, dass ich gleich, wenn ich sterben sollte, meine Seelen wieder hier oben unterholen muss. Komm jetzt! Komm jetzt zu mir runter, du feige Sau! Trau dich! Trau dich! Was machst du da oben? Gibt's noch nicht. Was zaubert der da so? Was ist das zum Beispiel? Ein Scheiß. Okay, das wird schwierig. Ich weiß nicht, ob er zu mir nach oben kommt. Äh, nach unten kommt. Der will mich da hinlocken. Ich weiß genau, was er vor hat. Da kommen nämlich die anderen Geister da hinten, wo er ist. Was? Oder wenn ich ein Stück abhaue? Warte mal, was machst du denn, wenn ich jetzt hier nach hier so gehe? Wenn ich hier so hingehe? Kommst du da an? Traust du dich? Oder der Welt? Natürlich kein Interesse auf den Haarkampf. Ich weiß genau, dass da wo... Hier kommen diese anderen Typen. Warte, ich mach die mal zuerst Platz. Ah ne, da oben sind noch die Hände. Scheiße, die Hände hab ich vergessen. Äh, okay. Jetzt muss ich an zwei Enden kämpfen. Ja, jetzt kommt er, das ist gut. Lass mich unter die Hände, bitte. Okay, sehr schön. Jetzt, äh, traut er sich? Oder? Ja, jetzt, sehr gut. Okay, Geronimo. Cadillac. Was? Wo bist du hin? Entschwunden. Was macht der denn? Da oben ist er, oder was? Du glaubst nicht im Ernst, dass ich jetzt da hinkomme zu dir. Für wen hältst du mich? Für doof? Na, 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 na,... Na, 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 mein Lieber. Muss ich machen Um das Feld hier zu klären Für den Fall Dass ich ihn hier nochmal runterkriege Da oben sind die ganzen anderen Geister Er weiß genau, was er macht Er ist einfach eine feige, miese Feig-Sau Eine richtige Feige-Sau Mit meinen 6000 Seelen Ja gut, sehen kann man auch irgendein Zweifel auch nochmal farmen Der weiß genau, was er macht Hier kommen die anderen Typen Das weiß er genau Da kommen sie schon Naja, aber die können wir wenigstens jetzt mal folgen I clear the field Hey, kommt ihr zu mir oder was? Okay, wir machen das mal folgendermaßen Mit Geduld Ich muss erstmal die Bahn freimachen hier Wenn ich da jetzt rein renne Zu gefährlich Der fällt runter Da ist er Okay, mein gut Freund Alter, ich hab ihn doch angewählt Na, das ist doch scheiße Ich hab den Typ angewählt Der schießt nicht Ich heile mich mal lieber Ich glaub, ein Schuss Ah Könnte die Wendel überleben Ja, ja Das war so klar Wo bist du jetzt? Ganz oben oder was? Wo ist er jetzt? Na, der lockt mich doch wieder Was ist er denn jetzt? Ist nicht verpieselt Ich mag solche Piesel-Leute nicht Alles aus dem Weg räumen hier Wo bist du jetzt? Ja, ja, ja Wir wissen alle, was jetzt kommt Ja, natürlich Das gibt's doch nicht Ah, da bist du mal eben Ah, ich wusste das Nein, das ist jemand anderes Ein Zaubermann Von hinten Aber nicht der Zaubermann Ich mach das bewusst jetzt Ich weiß natürlich, dass ich den platt machen könnte Aber wenn ich da jetzt reinrenne Das gibt's doch gar nicht Ich dachte, ich war mir sicher Der kommt jetzt hier Okay, ist es das, was da unten kommt? Das gibt's doch nicht Wo ist denn jetzt dieser Zauberer hin? Der ist weiter oben Aha Ah, das hatte ich mir diesen Kampf nicht vorgestellt Ich dachte, dass der jetzt hier ankommt Und mich in eine Falle locken will Deswegen bin ich so vorsichtig vorgegangen Also jetzt kommt das gleiche Spielchen Einfach nochmal eine Etage weiter oben Ist ja klar Wen hält der mich eigentlich? Wenn denn? Lubi? Aber ich hab das Gefühl Ich muss jetzt mal da reinrennen Ich will jetzt mal da rein Und dann bin ich Oh, wie es geht jetzt? Ich will das jetzt mal da hin Und dann bin ich Und dann bin ich Und dann ist das was ist mit dem jungen was ist los mit dem vorsichtig okay das war einfach mega gemein ich habe mir wirklich mühe gegeben vorsichtig tapsenden schrittes aber was mir gerade nicht einleuchtet ist dieser strahl da der kam doch nicht von dem typ von wem kam der denn ich hab den überhaupt nicht gesehen der kam durch diese geistergestalt durch der pfeil ich hab den nicht gesehen der schon hinter dem geist nicht gesehen mister zu viel seelen dabei gehabt natürlich jetzt überhaupt keine flasks mehr pfeile mehr aber da muss ich jetzt ein bisschen offensiver versuchen ich muss jetzt eh ein bisschen offensiver sein mist ohne pfeile ist es echt schwierig das ist alles was ich kraften kann dann mache ich jetzt eine andere taktik dann mache ich die offensiv taktik die geronimo taktik ich muss jetzt in die in die nächste höhere ebene dafür muss ich ja gegen diesen ach man ist das unangenehm okay ich gebe einfach alles was ich habe möglicherweise meine alte jetzt weg aber ich werde das natürlich ein bisschen offensiver spielen ist ja klar also ja Was ist das? Ah, du sollst dich doch nicht auf die konzentrieren. Mann, lass den in Ruhe. Was ist der Lever? Oh, maldisch. Interessiert mich nicht. Wie viele Flasks habe ich? Ich bin auch noch mal sicher. Noch eine. Nein, das ist das Ende. Ich lebe. Jetzt versuche ich durchzurushen zu meinen Seelen. Vielleicht habe ich Glück. Jetzt mache ich folgendes. Ich habe gar kein... Oh, das ist geil. Was ist das? Da geht es nach ganz oben. Okay, das ist interessant. Also, ich werde jetzt natürlich meine Seelen retten. Oder es zumindest versuchen. Hier sind natürlich noch etliche Gegner. Und dann werde ich ohne Seelenlast das Ganze nochmal rushen. Weil jetzt habe ich nicht mal eine Flask. Das ist jetzt ein totaler Selbstmord. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil die schießen ja alle auf mich. Und es kann sein, dass mich jetzt was trifft im Rücken. Gutmöglich. Ach du meine Güte. Aber das könnte schwierig werden. Wenn die auf mich schießen, habe ich jetzt natürlich ein Problem. Jetzt mache ich meine Seelen, mache ein Level up mit den Seelen. Und dann machen wir einen frischen Run. Ohne diese Last. Dass ich mir die wiederholen muss. Und ich werde diesmal wieder offensiv rangehen. Rushen. Also, Level up. Ja. Machen wir mal wieder Dexterity. Und, pass auf, dann reisen wir einmal mit der restlichen Kohle. Wir merken uns das. Dann reise ich einmal zum... ...zur Church of Alley. Da ist, glaube ich, ein Händler. Warte mal, wo waren wir? Das merken wir uns mal eben. Da drin. Study Hall Entrance. Genau. Und ich meine, der Händler ist ja da, ne? Church of Alley. So, also, davon holen wir uns, ähm, Pfeile. Und dann, hau ich wieder ab und kämpfe gegen den Magier. Ich werde die Pfeile diesmal nicht einsetzen. Ich kaufe sie nur. Okay. Und, äh, wieder zurück. Und jetzt... Da, Study Hall Entrance. Und jetzt wieder gegen den Magier-Run. Bin jetzt auch Stufe 36 und stehe vor dem Tor zu Godric. Ich drücke mich noch ein bisschen davor, sagt Switcher Schnuggles. Nein, geh da rein. Hau ihn weg. Craft ist doch Pfeile, fragt, äh, Fex Fox. Ja, wenn ich, äh, die nötigen Zutaten habe, mache ich das natürlich. Ich kann da eigentlich auch... Ich block den Typ ja nicht mal. Ich gehe da einfach zwei nicht rein. Und ich möchte bitte... Das hier haben. Äh, Rüstung tauschen. Du meinst gegen Magie, ne? Hab ich vorhin auch schon überlegt. Gibt's ne Rüstung? Resistance. Magic. Sieht dich an, aber 11,9 Magic. Die hat 12,8 Magic. Ähm, das ist jetzt nicht die Welt. Ich denke, dass es Magic ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Wenn es jetzt Fokus ist, dann ist es natürlich... Keine Ahnung. Ich bleib jetzt dabei. So, Geronimo's Kettle lag. Nein. Oh, okay. Da war ich zu... Zu langsam. Vielleicht ist, ähm, einhändig besser. Ich glaube, einhändig schlage ich schneller. Und... Äh, schnelle Schläge sind besser als... Harte Schläge, glaube ich. In dem Fall. Südkelet. Dort kämpfen Soldaten gegen diese D-Racks. Da gibt es jedes Mal über 7000 Punkte. Ja, okay. Farmen. Ich hab doch eigentlich noch nicht einmal wirklich gefarmt. Finde ich auch irgendwie auch daran, dass ich das... Ich hab ja bislang nur gestreamt, wenn ich... Äh, nur gespielt, wenn ich gestreamt hab. Und ich, äh, finde irgendwie... Im Stream farmen, glaube ich, ein bisschen blöd. Okay, jedes Mal zwei, äh, Flasks zu nehmen, ist auch scheiße. Ah, lalala, wallah. Das ist nicht der beste Plan. Zu viel Flasks verbrauche ich auf diese Art. Ah, Mist. Ah, ja, 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 okay. Ich muss eigentlich... Naja, doch, das ist eigentlich schon geil, wenn man so direkt rangeht. Ich kann die nicht wirklich an diesem... Cast... Hindern. Da muss ich mal gucken, wie ich das mach. Nils, hab Bibi, mach nicht so. Was meinst du, äh, was soll ich nicht so machen? So gegen den Kämpfen, oder was? Ist doch völlig in Ordnung. Der Run, den ich meine, da ist Nils gerade, also Study Hall Entrance, ca. 4-5 Minuten für 5.000 Runen, wenn der Magier weg ist. Lohnt sich, wenn man weniger als 30.000 für ein Level abbraucht. Oder einfach ein paar Runen für Smithing Stones Waffenabgrade zu haben will, sagt Random Jim. Ja, jetzt muss ich mal den Magier weg machen. Das ist kein Problem. Magier, Schweinemann. Alter. Ah, ja, okay. Mit welcher Beiläufigkeit. Mit welcher Beiläufigkeit. Da muss ich ein bisschen besser aufpassen. Also, ich muss aufpassen, nach dem ersten Schlag nimmt er immer sofort Reiß aus. Da muss ich dann, darf ich nicht direkt den zweiten Schlag triggern. Weil er dann so viel Distanz zurückgelegt hat, dass ich ihn nicht treffe. Und wenn der zweite Schlag ins Leere geht, ist doof. Ich muss, im Idealfall kriege ich ihn irgendwo, wo er nicht so leicht abhauen kann. Ich muss mich vielleicht so zu ihm stellen, dass er irgendwie im Rücken das Geländer hat. Das wäre im Ideal. Weil dann kann ich ihm ein paar Schläge geben. Und ich glaube, ich kann sein Cast auch tatsächlich unterbrechen. Wie gefällt dir? Elden Ring fragt. Kalibar, sehr, sehr gut. Macht mir wirklich Spaß. Doch, macht mir wirklich Spaß. Ich versuche jetzt mal vielleicht irgendwie mal gucken, kriege ich ihn irgendwo an einen Geländer ran. Oh, ja, okay. Hey! Also, diese Zauberklinge, ne? Die Zauberklinge ist halt wirklich imbar. Ich weiß nicht mal, ob ich die überhaupt blocken kann mit meinem Schild. Vielleicht, wenn ich ein Schild 100 auf Magie hätte oder so. Habe ich aber nicht. Was habe ich denn für Schilder? Magic. 55 Magic. 44 Magic. 51 Magic. Ja, okay. Dann hätte ich aber Heavy Load mit dem hier. Das könnte ich tatsächlich mittlerweile schon tragen. Aber ich werde eh nicht... 55 Magic heißt, die Hälfte geht durch, ne? Nee. Das bringt ja gar nichts. Ich habe nicht so wirklich eine Rüstung mit hoher Magieresistenz. Das habe ich gerade schon geschaut. Lieben Dank. Faxfox. Faxfox für dein Abo. Du bist gerade Zeuge. Wir gingen ein Magier anrennen, bei dem mir gesagt wurde, Simon, der Level 86 ist, hat da den halben Tag dran gesessen. Und hat ihn nicht geschafft. Und ich bin Level 36 und fühle mich ein bisschen infam und toll dreist zu versuchen, den jetzt zu legen. Wo ich doch weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, das zu schaffen, offensichtlich sehr, sehr gering ist. Aber irgendwie, ich mag solche Herausforderungen. Ich tue mich dann schwer, einfach wieder wegzulaufen. Weil ich finde, irgendwie ist das auch ganz geil. Da. Jetzt da genau. Da habe ich dich, wo ich dich haben wollte. Da habe ich dich, wo ich dich haben wollte. Exakt so wollte ich dich haben, mein Freund. Genau das war mein Plan. Dass er im Rücken was hat. Nein. Klingel, Klingel weg. Nein, 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 nein. Ach, Mist. Ah, das war zwar nicht gut. Aber das war genau das, was ich, ähm, ach so, Simon hat nach ein paar Versuchen aufgegeben. Okay, das klang vorhin anders. Ähm. Äh, was wollte ich sagen? Das erste war super. Das hat geklappt, dass ich ihn an die Wand gedrängt hatte und da konnte er nichts machen. Da habe ich ihm zack, 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 zack und dann ist er sofort abgehauen. Aber beim zweiten, na komm, wir probieren es noch ein, zwei Mal. Wir wollen jetzt auch nicht den ganzen Abend. Dann kann man auch nochmal wiederkommen, wenn man ein bisschen mehr Level hat. Aber mich kitzelt es immer. Wenn das jetzt dauerhaft so funktioniert, dass er immer da steht, wo er gerade stand und ich ihn in die Ecke drängen kann, dann wäre die erste Phase kein Problem. Die zweite haben wir auch schon einmal geschafft. Beim ersten Run habe ich das natürlich gerade voll langsam gemacht. Das war eigentlich auch nicht schlecht. Ja, seht ihr? Und weg die Katze. Und das wird natürlich jetzt hier nicht klappen. Ah, wo bist du, elendiges Schweinemagier-Gesicht? Okay, der ist jetzt schon nach oben abgedackelt? Tatsächlich. Feige Sau. Okay, das war es hier schon. Ich nehme mal die mit einfach als Zeichen. Dass er mich nicht down bekommen hat. Okay. Okay. Da sitzen ein bisschen viele Magier hier Mit so vielen Magiern im Rücken Was ist das? Was ist das? hab ich gerade einen abgekriegt aus der Entfernung was? ah nein 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 das war nicht smart das war von dem nein was wer wo? ah was wo kommst du denn her? der kam von hinten hoch, scheiße okay das ist jetzt total dumm nein nein ich hab ihn fast, nein 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 ist er jetzt nach ganz oben abgetackelt ja der ist ganz oben jetzt ja okay das ist mir jetzt egal oh ne das ist aber gemein gewesen ja komm ey das war fies also der Pfeil, ich komm um die Ecke und der Pfeil ist schon unterwegs das fand ich unfair warum hat Nils eigentlich immer noch so wenig Lebensenergie? ja weil ich halt immer noch irgendwie Level 36 bin aber wisst ihr was? ich finde das merken wir uns und bevor wir jetzt den ganzen restlichen Abend da noch mit diesem Typen da so rum machen schauen wir uns nochmal ein bisschen um den merken wir uns, wir sind jetzt schon bis ganz nach oben gekommen irgendwann machen wir den auf jeden Fall platt, da bin ich relativ optimistisch hier war auch noch irgendwas warte mal war hier die Schildkröte? ne die Schildkröte war hier Schildkröte war hier Schildkröte war aus was war denn hier war da ein warte mal da muss ich irgendwie da war dieser Abgrund wo komme ich da runter vielleicht hier ist die Kante hier vielleicht beim Baum dann müsste ich hier den Weg lang hier ist auch ein Weg da ist vielleicht ein Tunnel oder sowas könnte sein dass da ein Tunnel ist naja wir reiten mal den Weg nach Norden du hast auf jeden Fall noch ein paar Early-Game-Gebiete offen zum Beispiel der Wald im Osten ja das ist ein berechtigter Hinweis weil ich mich natürlich jetzt hier in Gebiete vorwage die vermutlich noch gar nicht so wirklich mein Level sind Entschuldigen Sie lass Ihnen das eine leere sein Ciao ich kann die Map nicht aufmachen ein bisschen so jetzt nochmal eben schauen oh das ist neu glaube ich das ist das da wollte ja eigentlich zum Baum noch aber jetzt haben wir hier wieder was Neues ein Riesenriese ein Riesenriese ich habe das Gefühl er will mit mir kämpfen na gut hier keinem ein Riesenriese hohoi saurer Mensch Scheiße, ich durfte nicht mehr aufstehen. Ich war mir auch nicht bewusst, dass er einfach zehnmal hauen darf. Zwei-, dreimal, okay. Zehnmal, mhm. Naja, aber den machen wir natürlich platt. Der kann ja gar nix. Na gut, er kann ein bisschen was. Wollen wir mal nicht zu arrogant sein. Aber er ist natürlich auch einfach sehr groß. Das ist so ein bisschen seine Hauptstärke, glaube ich. Tino TJ sagt, guten Abend. Auch ich sag, guten Abend, guten Abend. Guten Abend, Tino TJ. Zack, lasst euch das eine Leere sein. Die alten Hexen wieder. Oh, tschüss. So, da ist... Wir können mal zum Baum reiten. Da unten geht's wieder zum... Wie viele Seen hatte ich denn eigentlich nicht so viele, ne? Ne, ich glaub... Ich bin ja bei dem... Ne, ich hatte, glaub ich, gar keinen Sinn. Ah! Guck mal hier. Das ist ja klasse. Sehr schön. Und wir retten einfach nach Norden. Ich wollte mal zu diesem Baum da gucken. Hier liegen auch schon... Oh, hier ist ein Überfall gewesen. Irgendwer hat hier diesen... Oh, ein Bär! Der Bär hat das... Ja. Der Bär hat die kaputt gemacht. Ich bin nicht wegen des Bären hier. Der verfolgt mich einfach knallhart. Da bist du. Oh, auch ein Bösewicht. Der Bär noch hinter mir? Ne, jetzt ist der hinter mir. Wir müssen ein bisschen weiter nach Norden. Oh Gott. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Gebiet hier... Ganz schön gefährlich ist. Ist das hier eine Sackgasse? Ne. Serpentinen. Hi. Oh, hi. Ähm. Lass sie sich nicht bei ihrem Ogrefest stören. Ah! Nein! Nicht der Unterfall! Das war nicht meine Absicht! Okay. Der Ogre, da hab ich nicht wahrgenommen. Wieso kann ich jetzt nicht... Ich kann hier nicht auf die Karte. Warum kann ich nicht auf die Karte? Oh nein. Na gut. Ich probier dich mal aus. Okay, die sind jetzt noch nicht so krass. Also, ich wollte ja eigentlich zu diesem Bäumchen da. Da sind aber auch, wie ich sehe, Felsen im Wege. Kann ich nicht so einfach... Ist das hier ein Loch? Eine Höhle? Oder hier, hier geht's runter zu diesem Riesen. Da könnte auch eine Höhle sein. Oder ich könnte hier links über das Waldgebiet und dann hier rechts. Und da den Eingang nehmen. Das ginge vielleicht auch. Das wäre möglich, oder? Hier lang. Da und dann nach Norden. Bis zu dem... Da. Bis zu dem Marker. Und dann nach... Zurück nach Norden. Nordosten. Das können wir mal probieren. Oh, der hat jetzt einen Bogen. Nee, da komme ich nicht so lang, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt bin ich wieder hier. Was ist denn da so laut? Überall steile Klippen. Ja, ich glaube, von hier komme ich nicht weiter, ne? Nee, Mist. Oh, da hinten ist wieder so einer von denen, oder was? Mit dem habe ich ja noch eine Rechnung. Alter, wie hast du das denn gemacht? Das waren die Typen, die mich vorhin beschossen haben. Und genau im Kopf. Da komme ich nicht hoch. Okay, das ist irgendwie komisch. Tschüss. Ich möchte bitte den Pfeil in meinem Kopf loswerden. Ist das irgendwie eine Möglichkeit? Ist hier immer längs hoch. Oh. Hier habe ich wieder irgendwas erreicht und was Spannendes. Oh, nein. Oh, dieser Typ. Die sind krass. Aber ich wollte eigentlich... Das war jetzt nicht so mein Ziel. Da komme ich wieder nicht hoch. Fürchte ich. Oder? Gibt es hier eine Möglichkeit, über die Klippen zu kommen? Hier vielleicht? Da rauf springen? Nee, ne? Das geht wahrscheinlich nicht. Ich probiere es mal mit Anlauf. Keine Chance. Da muss es irgendeine andere Möglichkeit geben. Erstmal den Bären vorbei. Da ist auch noch... Bauwerk. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch level adäquat ist, wo ich hier bin. Ich kann mir vorstellen, dass es ich bekomme aufs Maulgebiet. Hallo. Wer bist denn du? Ritter gegen Ritter? Was hältst du von einem fairen Zweikampf? Ey. Du misch dich da nicht ein, komische... Lebelle. Lebelle! Geh, Mike. Du nutzt jetzt mich nicht. Hey! Ah ja, okay. Warte, 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 warte. Wir kämpfen Mann gegen Mann. Ich nehme die Herausforderung an. Okay, dieser klassische Verzögerer. Wollte ihm aber auch mindestens einmal einen geben. Oh, ist der gut? Der hat viel Leben. Okay. Der typische Verzöger, Verzöger, Verzöger. Falsches Time. Oh, der hat nicht mal einen Kopf. Oh, aber so ein Husaren-Schmuck hinten dran. Aber kein Kopf. Deny the Absolute. Vielen Dank auch dir für deinen Prime. Völlig kopflose Aktion. Absolut richtig. Nun, gut. Also, das war jetzt mal ein Ausflug hier in den Tiefen Norden. Das ist mir tatsächlich wahrscheinlich noch zu stark, das Gebiet. Ich bin noch nicht dafür geeignet. Ich sollte nochmal... Hier zum Beispiel könnte ich, glaube ich, nochmal in diesen Wald... Dort könnte ich nochmal vorbeischauen. Hier habe ich wahrscheinlich das meiste gemacht. Das ist eher so das Startergebiet hier im Osten. Da habe ich noch dieses... Genau, da habe ich noch das... Die Unterwelt habe ich ja auch noch. Und ich habe hier noch dieses Gebiet. Und ich denke mal, wir gehen ja hier in diesen Wald mal rein. Hier waren die ersten Bären. Da... Ja, da habe ich mich eigentlich ganz gut umgesehen, glaube ich. Wir gehen mal hier hin und dann in den Wald. Ich finde das Verzögern mitwelle nervig. Das haben sie übertrieben, sagt König Butterbrot. Ja, das ist tatsächlich natürlich... Ja, du hast recht. Es ist irgendwie... Bei jedem Gegner so. Und es ist natürlich auch mit den Waffen, die die haben, eigentlich völliger Quatsch. Die sind viel zu schwer. Aber... Auf der anderen Seite muss man ja auch... Nee, also jetzt ist Schluss mit lustig. Ungeheuerlich. So. Die haben wir noch nicht so richtig. In diesem Sumpf. Acquire Materials. Ja, billig. Glintstone Firefly. Aber kann ich diese Dinger nicht irgendwie abernten? Nee. Einen so einen Hummer hatten wir schon mal platt gemacht. Das weiß ich noch. Ja, warten wir mal einfach weiter in den Norden. Waren wir hier schon? Ach, warte mal. Hier war doch die Holde Maid. Ja, ja, genau. Hier war diese Holde Maid. Und dann haben wir uns irgendwann... Ablenken lassen. Nämlich nach Nord... Äh, nach... Osten, genau. Ich wollte ja mal eher so nach Westen. Das ist mein Ziel. Hier wollten wir mal her. End. Hier... Ist das einfach nur ein Nebel oder ist das... Au. Au. Alter Schwede, was ist das für ein Kackpferd? Okay. Ich lasse mir diese kleinen Typen wegmachen. da hinten ist noch einer da ist eine alte Ruine da ist ein Fesselballon oder was ist das da hinten da links seht ihr das diese Kugel da hinten erst mal hier hin ich darf gar nicht auf dem Bogen schießen äh auf dem Pferd schießen was sind das für Typen gucken uns mal einen an da auf die Eiterbeule das da das doch bestimmt irgendwie so ein wichtiges Organ okay die bewegen sich kaum könnte ich sein dass die irgendwie Gift versprühen oder so ah ja exakt das ist es Kugelfische sind das ah ok Kugelfische okay das war super haben die harten Bilder oh da geht man relativ schnell bei drauf aber muss ich dann alle platt machen vermutlich ne anders komme ich da nicht hoch wenn ich zu dieser Statue will muss ich mir hier einen Weg bahnen boah naja ok na wozu hab ich einen Bogen ne das dauert ewig nein das kann ich nicht machen das dauert viel zu lang und ist viel zu teuer aber wenn ich nur die da oben auf der Treppe platt mache und dann einfach durchlaufe ich kann mal meinen Bogen dringend upgraden ich will sehen was da oben auf der Treppe ist ich kann durch die anderen durchlaufen vielleicht nur die Propfen da die müssen wir wegnehmen guck mal da kann ich da hin wenigstens Angst vor Feuer hätten boah ah der Kugelt da runter das ist ja lustig war das noch einer scheiße ok das ist hier ein Item Snapping Stary äh mehr nicht oder was das war's ok dafür habe ich jetzt so einen Aufrüst betrieben dann schauen wir uns den Ballon da hinten an oh was ist das oh wieder so Typen da geht es rauf eine Rampe das ist auch interessant ach wisst ihr was dieser Ballon ist so eine Giftkugel wahrscheinlich oder naja das ist tatsächlich ein Ballon äh da hängen Leichen dran das ist was ist das äh wie bitte wer hat auf mich geschossen war das der Hummer da hinten noch ein Hummer was ist jetzt das warum hängen da ok ihr seid Assassinen und from the sky oh nein 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 ey das warte mal ganz kurz warte mal ich bin noch nicht fertig warte klippo 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 ok 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 jetzt kommst du dran hoho ganz schön schnell oh und die haben da jetzt oben einfach gewartet oder was kann man das Ding da runter holen wahrscheinlich nicht aber ich probier's aus was ist hier eigentlich ah tatsächlich golden rune ach was mal alles ausprobieren in diesem Spiel da ist eine Brücke nach oben das ist auch wieder irgendein altes Bauwerk und ein untergegangenes Dorf guck mal die sehen ja lustig die sehen ja ehrlich gesagt guck mal das sind Fischmenschen äh klippo klippi die geschleimige Fischmenschen sowas ähnliches haben wir doch schonmal gesehen bei Bloodborne auch war das glaube ich oder im Fischerdorf na gut das ist hier eher ein untergegangenes Dorf weil ich nicht gekocht aber was gibt es hier noch zu holen menschen hier gelebt haben academy gate town academy gate town Irgendwas wird doch hier noch begehbar sein. Was ist denn hier? Alte Rathaus. Nope. Alte Langhaus. Oh, was ist das? Kleine Krabbe. Da ist noch was. Die alte Kapelle. Aha. Und da kann man auch noch rein. Nee. Keine Öffnung. Nee. Hier ist aber ein Dingsbums. Das nehme ich natürlich gerne mit. Oh ja, also hier scheine ich nirgendwo mehr auf tolle Dinge zu stoßen. Es sei denn, in diesen... Nee, das ist auch alles untergegangen. Alles untergegangen. Na gut, dann fahren wir diese Rampe darauf. Oder reiten die Rampe da rauf. Diese da. Was ist das? Hier geht es auf jeden Fall wieder hoch. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo auch wieder ein Kartenfragment in Kürze. Kann ich mir... Darf ich nicht? Hier darf ich. Ah, sieh mal einer an. Hier bin ich gewesen. Da ist diese Stadt. Habe ich hier schon irgendwo dieses Kartenfragment? Weil da komme ich ja einfach nur wieder zurück. Das ist ja Quatsch. Dann fahre ich in die andere Richtung. Dreh dich mal um. Wenn ich da gerade ausreise. Na gut, dann fahren wir mal diesen Pfad entlang. War ich da dann noch gar nicht so verkehrt? Mal geradeaus. Vielleicht kommen wir dann zu dieser wunderbaren fliegenden Stadt. Hopp. Ja, ist klar. Da. Das war die Strafe. Einfach immer geradeaus. Den Weg sieht man jetzt nicht. Aber der ist ja noch da. Der hat ja auch eingezeichnet. So, guck mal hier. Da ist die Karte. Was ist das? Achso, da war ich... Warte mal. Da war ich doch gerade, oder? Das war doch das, wo ich gerade war. Habe ich originales Ding übersehen? Ah, guck hier an. Da ist nochmal richtig was los. Da geht's rüber. Und dann geht's da lang. Ah ja. Und hier links ist auch noch ziemlich viel. Ah ja, okay. Dann reiten wir... Da waren wir eigentlich schon gar nicht schlecht hier. Reiten wir mal hier weiter. Die ehemalige Hauptstraße entlang. Richtung Schloss. Ist ja oft so, ne? Das zu Fuß eines Schlosses... Oh, ist das ein goldener Baum? Oh, ich geht, ich geht. Yes. Sehr, sehr gut. Aber da brauchen wir hier mal zwei von. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh ja, hier ist eine... Stufe. Diese Stadt wurde definitiv belagert. Meint ihr, die freuen sich mich zu sehen, oder? Was haben die da für einen Feuerfreund? Ja, ah, zu früh, zu früh. Hey. Die kennen wir auch noch. Diese Dinger hier. Kann man aber leider nicht zerstören. Doch, kann man doch zerstören. Ach was, bleiben die zerstört? Das wäre sehr interessant zu erfahren. Oh ja, diese Albino-Krabbe. Nee, nee. Mit denen habe ich bei Dark Souls 3 schon... ...keine guten Erfahrungen gemacht. Und diese... Das erinnert mich ja an Sekiro tatsächlich. Diese große Treppe, die... ...irgendwo in so einem... Was? Oh, Mensch. Oh, Problem. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt nicht mehr. Was ist das? Was hast du denn da geschmissen? Boah! Du hast mal der Dings durchbrochen, du Arsch. So. Ei, ei, ei. Ich habe das gleiche Kostüm an wie die, ne? Das wäre eigentlich... Das wäre so Next Level, finde ich. Ich habe genau das gleiche an wie die. Wenn die einfach denken würden, ich gehöre zu ihnen. Das fände ich irgendwie noch besser an dem Spiel. Hier irgendwo ist so ein Bällchen. Das geht in Demon's Souls an einer bestimmten Stelle. Echt? Okay. Ach! Hi! Das hättest du mal besser nicht geworfen. Weil das Wittil zur Verhängnis, mein Freund. Magic Bomb. Oh, ich habe eine Flaske zurückbekommen, glaube ich. Jetzt können wir mal ein bisschen Schleiche-Action wieder machen. Gucken, wie lange der noch geht, bevor er sich wieder umdreht. Vielleicht schaffen wir das noch. Ja, dann gehen wir erstmal hier außen lang. Gondlets bekommen. Was ist das? Ach, wieder so ein Typ. Einmal um die Burg rum. Okay, wenn wir... Oh, 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 oh. Ist das ein Endboss? Ne, das Tor sieht sehr verschlossen aus. Also hier muss ja irgendwo nochmal... ...die Möglichkeit sein... ...zu rasten. Das hier ist super schön, überwuchert alles. Guck dir das mal. So könnten deutsche Großstädte auch aussehen. Oh, da ist es. Yay. Und das könnte ein Endboss sein. Oh, oh. den seelen habe ich 3000 leute ist könnte sein oder entweder ist es verschlossen als ein endboss 3000 seelen ja hier ist noch ein item meeting place map you found a simple map check in inventory mache ich ja tauchen die auf die maps tauchen die maps dann auf was gesagt check in inventory hier simple map found on a cops seems to point to a meeting place the man it came from surely desired one the sole means of gaining entry into the academy a glimstone key gaining entry into the academy a wisst ihr was ich gerade überlege da wo wir gerade waren in dieser komischen academy da gab es ja unten noch diesen altar und da muss man irgendwas raufpacken vermutlich kann man sich die nicht einfach mal noch mal ein bisschen anders angucken also da ist wasser und da sind irgendwelche sterne auf einer insel da ist die untergegangene stadt durch die wir geritten sind und rechts ist der turm auf dem wir jetzt sind also im wasser auf einer insel irgendwas oh futuro war ja gestern beim tierarzt oder heute wegen seiner ratte die mutmaßlich einen schlaganfall hatte und er bestätigt das gerade erstmal mit brei gefüttert oh mensch ja ich wünsche dir alles gute für deine ratte ich weiß wie das ist weil haustiere nicht mehr gesund sind das ist nicht schön das ist nicht schön ok also ja ok dankeschön ich will mal gucken ob ich jetzt hier wir sind ja im turm hier ist die untergegangene stadt es könnte diese das hier könnte das sein oder so was ist das jetzt hier examen siel siel ziel you cannot proceed without a glint stone key ich habe doch ein glint stone key habe ich nicht ein glint stone key bereits nein habe ich nicht offensichtlich muss ich mir den besorgen vielleicht bekomme ich den da stand ja auch in der beschreibung ja da müssen wir jetzt hin reiten oder was also das scheint mir nordöstlich von der gesunkenen stadt zu sein eigentlich bildet das ein dreieck mit der akademie so fast der halbe weg und da ist das ein dingsbums ja hier da ist dieser dingsbums das ist der nöpsi oder das wird das hier sein da halten wir da mal hin dann müssen wir wieder runter schauen wir mal was das wirklich ist ja hier hoffentlich ungesehen davon galoppieren ach wenn kavallery action funktioniert ist das echt hervorragend nur ein wurden steht auch gott so da könnte das sein ja 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 hör mal auf jetzt wir schauen mal das ist ein ganz ganz guter weg abseits der augen ich habe zu früh gedrückt ich wollte nicht drücken oh nein nils was hast du getan oh was habe ich getan oh oh ich hoffe das ist nicht schlimm dir ist außerdem die hand ausgerutscht sowas doof ist aber auch jetzt bin ich sauer da muss ich irgendwie die schuld für geben das kann ich so nicht hinnehmen ich guck mal ob ich das ob das die richtige insel ist da ich da markiert hat was war da fragt ruck wert ja das war so eine so ein npc die ist auch in dem hub und die sollte man wahrscheinlich nicht einfach angreifen manchmal ist es ja so bei so souls spielen ja wenn du jemanden schlägst dann kann das einfach mal das ende dieses charakters sein und alles was mit ihm einhergeht irgendwelche quest rein irgendwelche items whatever zumal ist das reite ich hier echt gerade hin da will ich hin ich folge dem falschen signal ich trotten da geht es entlang wundert mich schon das kann doch nicht so weit weg sein hier entlang mal schauen ob das die richtige insel ist das ist hier im land der riesenkrabbel schlafen aber alle tschüss ob die auch gegen diese ey ernsthaft ok das empfinde ich einfach als unerhört und lächerlich völlig lächerlich hast du nebenbei pokal geguckt den ich wirklich ehrlich gesagt ich habe ein bisschen gelunzt aber es ist nicht so streamen und gleichzeitig irgendwas glotzen ist manchmal nicht so einfach und zocken tschüss 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 aber ich habe es mitbekommen ich kenne das ergebnis pauli knapp gescheitert tschüss 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 Wir haben uns doch schon kennengelernt. Ist das eine andere Dame? Rink Attack, auch dir, vielen Dank für den Prime, darauf trinke ich einen Schluck. Ein Schluck, 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 Schluck. Aber es war für nichts. Aber all you need to snatch it from the big pot. Pretty the poor poor fool. Okay, noch irgendwas anderes? Nein, nein, du hast sie grad, werd nicht gierig, du hast sie grad geredet. Werd nicht gierig. Äh, da ist diese Kugel da, ne das ist eine andere Kugel. Naja, dann also wieder. Guck mal, ich kann ja auch einfach hier über die Dächer, guck mal. Äh, aber über die Dächer, das ist ja hervorragend. Oh, da hätte ich auch von da einfach lang. So, wenn jetzt die Hummer so freundlich wären, in Ruhe zu lassen, würde ich das sehr begrüßen. Erstmal holen wir uns unsere Seelen zurück. Die waren sehr wertvoll. Über 3000 Mark haben sie gekostet. Tippe, tippe, tippe. Wo seid ihr? Die sind da innen drin noch, das würde mich sehr kränken. Ja, ist das wirklich so? Autsch. Jetzt ist Schluss mit lustig. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Abstand von diesen widerlichen. Nein! Wie machst du das? Lass, lass das. Boah, fuck, die sind ja noch gefährlicher als der Zauberer. Scharfschützen. Riesenkummer. Oh Gott. Geht, geht. Geht, geht. Achso, der hat ein Horn. Hat er ein Horn? Ne. Die lass ich in Ruhe. Die haben mir nichts getan eigentlich. Die wohnen hier einfach, die streifen hier durch die Gegend. Das ist schon okay. Oh Gott. Bin ich hier richtig? Ist das? Guck, guck. Ach, da ist eine Holdemite. Ich will nicht auszusehen, diese Frau da platt machen. Hier ist auch irgendwo ein Bällchen. Da unter mir. Dann reden wir erstmal mit der Dame hier. Hi! Das ist ein Mann. Da bist du. Du hast eine große Runde gewählt und hast deine Zuschauer mit den zwei Fingern auf der Rund-Table-Hunde. Völlig richtig. Was war deine Impression? Sie sahen nicht richtig, sie waren großartig. Sie sahen nicht richtig. Sie sahen nicht richtig. Sie sahen nicht richtig. Aha. Deine Intuition hat dir gut. Meine Sorgen waren, Sie sahen nicht. Sie sahen nicht. Die Worte der zwei Fingern können nicht glauben. Sie sahen nicht. Sie sahen nicht nur räusch, die Sennheil-Hunde. Ich glaube, dass wenn die Elden Ring wurde, die zwei Fingern wurden verletzt, ihre Gälder wurden verletzt. Sie sahen nicht. Werder, die Fingern haben keine Liebe für unsere Kind. Sie sahen nicht. Das ist das Teil, das mich die meisten verletzt. Okay. Oh, ich habe ein Gifte für dich. Einfach für die Wiese. Festen. Bloody Finger. A means for circumventing the draw of the two fingers. Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I have high hopes for you, my Lampkin. Invasion Multiplayer. Use festering bloody Finger to attempt to invade the world of another player. The multiplayer session will begin once the invasion succeeds. You will take the role of an invader. And your objective is to defeat the host of fingers of that world. If you stray far from the host of fingers, the compass at the top of the screen points to their location. Ah ja, das ist natürlich auch ganz toll. Das können wir auch irgendwann mal machen. Noch irgendwas neues? Okay. Okay. Ja. Gut. Dann schau ich mal, was hier noch so rumwinert. Äh. Äh. Was ist das hier? Ist das giftig alles irgendwie? Ne. So. Äh. Holde meint. Wer ist das? Ich schleiche mich an und werde sie einfach von hinten angreifen. Oh shit. Okay. Ey. Darf ich auch mal irgendwas? Was? Machen? Never! Oh! Da habe ich ihm fünf Schläge gegeben. Okay. Der war auch ganz schön mächtig, muss man sagen. Da habe ich ihn fast gehabt. Aber ich habe auch... Ah. Stake of America natürlich. Jetzt muss ich meine Seelen wiederholen. Die lungern hier zum Glück nicht weit weg rum. Wann ist der weg? Ich hatte nur eine einmalige Chance, oder was? Oder... Ah, ne. Ah, ja. Okay. Okay. Ja. Okay, der ist hart. Der Typ. Warte, wir gehen mal kurz weg. Äh. Quatschen einmal mit dem... Hey, was geht das? Nein! Nicht, wenn ich mit dem rede! Das ist so gemein. Okay, jetzt habe ich auch noch Bloodloss. Was? Weißt du was? Am Ende dann doch. Okay. Der ist hart. Okay. Alles klar. Ah, ich fall da runter! So. Pass auf. Jetzt kommst du mal... Ja. Und jetzt... Mach ich! Ja. Und treff dich einfach nur. Und jetzt... Hat der mich geparried. Ist klar. Okay. Der ist... Der ist eine Herausforderung. Krasser Typ. Ja, beim ersten Atmen fast. Da durfte ich ihn aber auch backstabben. Der ist sehr, sehr schnell. Wüstengoldmull. Dankeschön. Wie? Nein! Nein! Jetzt muss ich hier wieder anfangen. Wüstengoldmull. Vielen Dank für dein Prime. Verdammt! Die Kinder waren wieder wach. Hatten die jetzt den Magier gepackt. Und falls ja... Was gab's? Nee! Also... Wir waren doch... Okay! Okay! Nah dran! Wir hatten den schon irgendwie auf der dritten Ebene oder so. Oder vierte. Und dann... Tschüss! Dann ähm... Bin ich weitergeritten. Weil ich dachte... Ey! Das ist jetzt kein Endboss oder so. Und ich war ganz offensichtlich noch ein bisschen zu... Unterlevelt. Als dass ich da jetzt... Die ganze Zeit... Versuche. Das war mir dann zu blöd. Haben wir den hier schon? Ja, ne? Ist die drei? Äh... Ist die weg? Na, jetzt muss ich erstmal die Seelen wiederholen. Aber hier muss es auch noch irgendwo... Bonfire geben. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Hummer reinlaufe. Hier einen seltsamen Fernkampf-Attacken. Die ich sehr unhummerig finde, muss ich tatsächlich sagen. Hier. Also hier muss irgendwo so'n... Ding sein. Und hier ist so'n... Aber ich glaube, das ist einfach nur einer für... Flasks, oder? Ja, da füllt mir nur die Flasks auf. Das war jetzt total unnötig. So, wo befindet sich jetzt hier? Ein Feuerchen. Hier muss irgendwo eins sein. Die können nicht so weit weg sein von so'n fiesen Ort. Wo hat er sich versteckt? Wo hat er sich versteckt? Das war so'n Ehepärchen so. Jetzt komm schon! Los! Komm jetzt! Serpentine! Oh, was? Ich bin nicht so schnell, mein Lieber! Das sind einfach Freunde. Das ist eine Ehepartnerin. Die waren jetzt irgendwie im Sumpf unterwegs, haben irgendwas zum Mittagessen gekauft. Die greife ich nicht an. So, wo ist jetzt hier? Mein Bonfire, yeah! Äh, du nervst. Ja, vielleicht ist hier auch gar keins. Ich hätte nur gedacht... In der Nähe von diesem... Händler da... Äh, von diesem... Ja, von diesem komischen Chirurg. Der hatte so blutige Hände. Da muss irgendwo was sein. Bei so nem wichtigen Kampf. Da können die nicht einfach sagen, hier ist einfach kein Bonfire. Find ich nicht gut. Vielleicht entdecken wir von hier oben was. Ah, das ist geil. Ich find übrigens dieses Reit hier auch so cool. Das haben wir noch gar nicht so richtig gewürdigt. Es ist ein richtig cooles Vieh. Also, seht ihr hier irgendwas? Oh wow, kann man da auch rauf? Vielleicht. Ich seh nichts. Das empfinde ich als ungerecht. Na ja. Huiiii! Die Frage ist, war das überhaupt... Ähm... ...der Ort... ...den ich gesucht hatte? Warte mal. Oh, die tun mir irgendwie leid. Muss ich hier echt sagen. Die sind... Die sind nicht unsympathisch. Die leben hier einfach nur. Ich weiß gar nicht, warum ich die angreif. Hier vielleicht auf dieser Insel irgendwo... Ich hab jetzt keinen Bock, schon wieder gegen diesen Typ zu kämpfen. Wenn ich dann hier die ganze Strecke zurücklegen muss. Um meine Seelen zu holen. Und die Frage ist ja immer noch, ob das überhaupt die Insel ist. Wir schauen noch mal nach. Also hier. Da ist die versunkene Stadt. Da ist die. Und das bildet hier so ein Dreieck. Und hier sind so Krümel. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Karte an. Hm. Eigentlich... Ja, man weiß ja nicht, warum... So sieht's fast aus, als wenn die... ...nördlich fast noch ein bisschen nördlicher sein könnte auch. Wir sind doch hier vielleicht noch irgendwo sein könnte. Oder... Hier noch sogar ein Stück weiter raus. Wir können ja mal ein Stück... Irgendwie in diese Richtung noch. Gucken, was da noch ist. Gucken, was da noch ist. Ne. Da geht's zum Baum. Das sind ja nicht wirklich Inseln. Warte mal, wir sind hier... Ne, das ist dann... Ne. Na, dann reiten wir mal... Oh, da sind die wieder. Bäh. Mir ist egal. Ist nicht mein Ziel gerade. Dann reiten wir nochmal hier hoch. Mal da geht's auch irgendwie durch. Dann hier nach oben geht's zu dem Baum. Hier reiten wir zu dem großen, wunderschönen Baum. Hey. Oh, 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 hey. Nein, 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 nein. Oh, dumme Idee. Oh, dumme Idee, Nils. Warum reite ich nicht einfach vorbei? Ich dachte, ich schnetzel die kurz weg. Aber nein, das sind die Schredder-Boys. Die drei Schredder-Jungs. Schrie, Schradder und Schruder. Die einfach knallhart sind. Und mich kaputt geraspelt haben. Ah, Mensch. Den Frust lasse ich an dem hier aus. Tschüss. Ja, das war nicht so klug. Übermütig. Jetzt muss ich wieder meine Seelen holen. Weil ich kein gescheites Bonfire entdeckt habe. Na ja. Wuppi do. So. Und hier lang. Und in diese Richtung. Da haben wir einen ordentlichen Weg jetzt zurück zu legen. Ich habe 100 pro irgendwo ein Bonfire übersehen. Aber es ist auch echt hier sehr dunkel. Und sehr nebelig. Und die Gefahr hier, so ein Lager nicht zu sehen, ist relativ groß. Aber irgendwo muss ich schon eins gesehen haben. Oder zumindest in Ende ihr gewesen sein. So. Das ist wieder das freundliche Ehepaar. Ich lasse mal in Ruhe. Boah, ist das weit. Da ist ein weiter Weg. Was ist mit dieser Kirche? Da haben wir uns die schon mal näher angeschaut. Auch nicht. Erstmal Priorität eins an unsere Seelen. Da liegen sie rum. Vielleicht da oben auf dem kleinen Berg, wo die Kirche ist. Vielleicht da einen. Tschüss. Tschüss. Vielleicht da oben. Ach ja. Der Nils. Er kennt einfach. Er kennt seine Orte. Starke Leistung von mir. Converted Tower. Das gucken wir uns natürlich an. Machen wir hier die Lampe da ran. Read Message. Kann ich irgendwie huldigen? Hat die da ne Schlange? Was ist das? Das ist ein Blutegel oder sowas. Ah ja. Hier liegt wieder irgendwas Schlaues. Was hier verrottet. Keinem interessiert. Kann ich auch nicht lesen. Schade. Das ist schon echt super, dieser Detailreichtum. Aber. Ist einfach nur ein Tempel für diese junge Dame da. Wir wissen nichts über sie. Wir können nur spekulieren. Wer sie war. Weshalb man ihr so ein Denkmal gewidmet hat. Wo ist denn hier eigentlich dieser Karten Ausschnitt? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Aber das ist gut. Dann können wir hier nochmal eben zum Bäumchen. Rasen. Ist hier wieder irgendein Riese oder irgendein anderer Feind, der meint, er ist jetzt berufen den Baum zu verteidigen? Oder was ist hier wieder los? Meine Earthtree. Ah, da ist wieder so einer. Okay. Ich erinnere mich. Ja, kein Interesse. Das machen wir dann eigentlich. Ich hab kein Interesse. Mach mal. Ich will erstmal hier rum. Rumreiten. Mir das anschauen. Alter, der ist aber auch hartnäckig. Weißt du was? Na komm doch. Habe ich dem gerade einfach zwei Schaden... Achso, ich hab kein Schwert in der Hand. Ne, das zwei ist schon wieder zu viel. Dann stechen die mich tot. Dann machen die so eine... Immer abwechselnd. Das geht nicht. Ja, okay lieber Earthtree. Muss ich wahrscheinlich dann deinen Bewacher platt machen hier, ja? Oder was? Den da. Oh, wieder diese Scheiße da. Okay. Oh, dumm. Und tot. Einfach voll in die Keule reingelaufen. So eine Keule. Was? Oh, ich kann noch Stack of America auferwachen. Ja, das ist natürlich gut. Das mach ich. Auferwachen ist auch so ein Wort, ne? Auferwachen. Wer denkt sich so ein Wort aus? So, jetzt geht das Ziel überhaupt nicht. So, wo sind meine Seelen? Oh, ein bisschen gelassen hier. So, wir müssen es noch einmal probieren. Gegen den Typ hier. Ich meine, der ist nicht ohnmächtig, aber... Boah, ey. Der hat aber auch eine harte... Alter, nein. Das war's schon wieder. Ne, doch nicht. Aber... Der ist noch ein bisschen mächtiger als der andere da. Das letzte Mal. Ohohoho. Okay. Können beide dauern. Ohohoho. Oh Gott, einen Fehler machen wir. Komplett konsumierbar. Nein, ich bin fest. Oh, danke. Danke, Topf. Du hast mich gerettet. Der freundliche Topf von nebenan. Oh, Bäumchen. Ja. Ah, harte Reichweite. Au. Au. Und... Der dritte noch. Der dritte noch. Oh, da häng ich wieder im Topf. Nein. Oh, Knappe. Nein, 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 nein. Und jetzt wieder sein Vater. Nein, der Stompi. Stompi, Stompi, Stompi. Oh. Ei, ei, ei. Oh, okay. Okay, er hat noch keine Homing-Attacke. Macht der auch manchmal. Nein, das war's. Ich muss... Ahaha. Das ist eine gute Idee. Ja. Okay. Ich hab's überlebt. Ich weiß nicht genau warum. Durch Pupen-Skill. Oh, jetzt kommt das wieder. Genau, jetzt hat er seine Homing-Attacke. Au. Und die dritte. Kommt noch eine dritte? Nee, war eine zweier. Das ist die harte. Und wieder Homing. Nein, nur Stompi. Und auf den Kopf. Hat er einen Kopf? Er hat keinen Kopf. Er ist ein Baum. Bäume haben keinen Kopf. Manchmal maximal eine Krone. Und wieder hier Homing. Oh nein. Das darf man nicht unterschätzen. Trigger ich ihn einmal. Get triggered! Trigger. Oh, trau ich mich? Oh. Das kommt wieder ein Hauer. Oder? Komm, haust du auch direkt dann einfach mal einmal. Ja. Oh. Und der dritte. Ja. Und jetzt gehen wir ran. Oh. Jetzt kommt der wieder. Das ist ja schon eine langatmige Veranstaltung hier. Und jetzt haut er wieder. Ja, der war gemein. Uiuiuiui. Nein, 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 nein. Ohohohoho. Yeah, baby. Hopp. Okay. Dann geht er das machen. Ohohohoho. Brauchst du jetzt nochmal? Oder darf ich jetzt? Nein, jetzt haut er natürlich nochmal. Nein, nochmal. Oh. Und noch ein drittes Mal. Boah. Das dauert richtig lang. Oh, der Schieber da. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Ah, zu risk... Ja, wir wissen, viel riskiert hier fast. Immer so am Ende, ne? Wird man ungeduldig. Unmütig. Also stimmige Zeit gelassen und dann sowas. ... ... ... ... ... ... Okay. ... enemy fällt baumfeld enemy fällt das ist auch hier noch syrillion crystal tier und rapture crystal tier ich glaube das ist was gutes was wir bekommen haben fühlt sich richtig an okay noch finde ich ein boss gelegt fühlt sich wie ein boss an jetzt an mir geht es ist ein boss an diesen bäumchen hier ich weiß gar nicht was ist das jetzt so hundertprozentig bringt um ehrlich zu sein aber ich würde mal vorschlagen dass wir es dabei vielleicht heute mal belassen und bambam 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 heute mal eine pause machen